Ja, läuft. Oh, Herr Scholz will nicht, oder was? Olaf Scholz will accept. Warte ab, der ist wieder besoffen am Rauchen oder so. Schreibt mir noch, Starter bin da, wenn es losgeht oder so. Danke. Soffener Penne, ey. Junge, ich hab angenommen, schreibt der. Ja, genau. Deshalb steht da oben, Olaf Scholz failed to accept. Machen wir gerade noch ein Bild davon, ey, für den Spacko. Check ich ihn bei WhatsApp. Ich hab ihm geschrieben, gut angenommen, AMK. Spielsuche nicht verfügbar? Hä, was ist jetzt los? Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Ich muss man gerade sagen, Markus Söder hat gestartet. Also, er möchte heute nicht mit uns reden, ne? Tja. Diese besoffene Plauze. Let's roll. Der Polizier hat nur die Glatze, denk ich mal. Ja, ja. Vertigo rausfahren. Wer will freiwillig Vertigo spielen, Alter? Sag mal, Olaf, warst du beim Friseur, oder was? Äh, ich war bei meiner Mutter. Aber bist du nicht drangekommen, oder? Die hat mich auf den Fischkutter gesetzt. Ja. Hätt ich auch gemacht. Und dann? Hat sie mir eingeblasen. Oh, ekelhaft. Dieses Arschbild, Junge. Anus of Antora, Junge. Oh, direkt mal Inferno-Bun, ey. Ja, dann. First Game. Olaf, willkommen bei der Live-Aufnahme. Olaf. Dann guck jetzt mal in dein WhatsApp. Und dann wirst du sehen. Wie stark du besoffen bist, oder was? Auch das noch, ehrlich gesagt. Hast du wieder einen Baumstrudel-Marzipan da liegen, oder eine Baumrinde? Hör mal, was du sagst, was du sagst, nee. Musst du das tatsächlich jetzt kaufen? Zum Wichteln. Was, wer Wichtelt denn freiwillig? Baumstamm-Marzipan, hab ich noch nie vorher gesehen, Junge. Mega gut. Einmal noch. Sieht einfach aus wie meine Mutter, Junge. Einmal noch. Einmal noch, Junge. Du kannst Annika übrigens sagen, sie doch mal den Fernseher anmachen, dann auf Twitch, und dann sieht sie dich und hört sie dich. Sieht sie deine Performance und dann hört mich besoffen einfach rumlachen. Schatz, du sollst auf Twitch schalten, dann siehst du uns alle und hörst uns live performen. Zieht die Spawn noch einer? Nein, danke, sagt Annika. Das will ich auch gehofft haben. Also, ich fand übrigens die Sprachnachricht sehr, sehr toll. War ein schöner Furz, oder? Hallo, Team. Hallo, Gays. Junge, mal dieses Hallo, Team. Ich smoke mit, you go short to be. Thank you. Oh, jetzt habe ich keinen Smoke für einen Connector gekauft, ey. Nice, schöner Kill. Nicht blocken. Nicht blocken, einfach laufen. One Spot am Haus. Mord, ey. Oh, Jungs. Ja. Ja. Was mit Flixbus? Den habe ich angeschrieben, aber irgendwie... Der war erst grün, dann war er auf einmal gelb, Junge, und gleich prügelig im Blau. Geil. Sauber, Junge. Seid mal nochmal... Seid ihr hässlich. A-M-K... Ich drücke jetzt erstmal jemandem die Diegel in den Rachen, Junge. Auf jeden Fall, ich auch nochmal. Fick meh, die Neid, Junge. Junge, den... Oh, du scheiß, den Stream muss ich auf Private setzen, ey. Ja. Auf Peter Pan muss er den setzen vielleicht. Hä, wieso ist es doch einfach nur 18, oder? Ja, natürlich ist er ab 18. Aber so fast eine Dünnlaberei kann nicht mal ich, ey. Ach, hinter mir schon. Auf kurz. Komm noch mal, komm noch mal. Einer hat er schon mal sitzen. Komm noch mal. Tschau. Tschau. So, das waren zwei. Das ist ein M4, Brudi. Drei. Alter. Ach so. Oben, Mim. Is Eps B, Eps B. Go away, go away. Danke, Chris. Was war das für eine Re-Kopplung gerade? Playtime. Ich hör mich irgendwo doppelt. Nee, hör auf. Junge, du hörst dich nie bei mir doppelt. Ich hoffe, der gewinnt sich. Ich hab jetzt nicht umsonst drei Deagle-Kills geholt. Yeah, good job. Weil Olaf Scholz ihn schon angeschossen hat, wirst du Bescheid, ne? Peace backen. Boah, ich hab 100 in 300, 200 in 1, nur mit der Dieagle. Ich dachte, du redest jetzt über die richtigen Sachen im Leben. Man nennt mich auch Prinz Markus. Prinz Markus von Söderich. Ja. Hat dir mein Video gefallen heute? Die Adventsgrüße? Ja, Söderich von Anhalt war am Start. Zum dritten Chris auch wieder eins. Hat nichts dieser Chris damit zu tun. Razi, hallo! Äh. Äh. Einer con. One is con. One, eh, Rindow. One, eh, Rindow. One, eh, Rindow. Ja, go, eh, go, eh. Last B, nee, last B eben, genau. Warum pieke ich den, Digga? Ja, holt der mich mit ner Dieagle, Junge. Ne, war nicht schlecht, war schon gut. Ja, Schwarz. Nice. Jo, kann man machen. Oh, geil. Oh, geil. Junge. Äh. Könnte ich dir richtig aus dem Auge kloppen für, ey. Ja. Richtig schön ins Arschloch reinboxen. Oh, meine Smoke failed. Nice. Nee, jetzt hör auf. Gott, ich schon immer ganz gut. Oh, meine Brand auch. Nice. Zeig mal nochmal. Einer con. Na, Olaf, geh weg. One is con. Boah, kann ich dir die Bombe rüberwerfen? Geht das? Zwei Assists, ey. CT vielleicht? Nee, nee, hier. Ich mach das schon. Letzter des Apartments kommt an, da wahrscheinlich. Nee. Dann kommt er vielleicht Mitte. Oder über Schräge. Oder Ramp A, ja. Ich kloppe dir gleich mal eine Schräge in den Hals. Oh, geil. Hab ihn. Nice. Du hast ja wieder richtig sauber. Sag mal nochmal. Dr. Meht Wurst. Ey. Was, ey? Ey, heißt mal ohne Abwuchsgerät, aber die dem. Aha. Niemals kommt die an. Ich komme zu dir, Christian Grey. Christian Blue. Ja. Okay. Oh, der brennt dabei hier, der Kollege. Über mir. Noch einer hier. Aber CT. Boah, irgendwie. Boah, CT hätte ich, wenn er rauspeakt. Wir beide, ne? Gegen zwei, oder was? Ja, zwei gegen zwei. Boah, einer war auf jeden Fall close hier. Aber ich hab CT nicht im Kurs. Boah, Schmeißer. Da ist noch die A übrig. Ja, links von dir war sie, ja. Du hast keine Zeit mehr. Boah. Oh, ich dachte, er ist B gegangen. Nee. Boah. 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 Crazy, mofucker. Shame, shame. Minus 72 hat er gekriegt. Das war der, der durch die Brand ist. Oh, nee. Ist egal. Hauptsache Orange geht's gut. Ich komme mit auf A. Ah, wer sitzt da. Von, oder was? Nee, window. Haupt-Window. Was, mein Step? Nee, wir smoked this. Boah, drei Stück hier. Zwei, einer, einer Connector, einer Jungle, einer Under. Ja. Ach, Connector, Digga. Hab ich nicht geschickt. Gerade mit E, aber wir haben, wir haben leider keine Metsy so richtig mitspielen. Na, leider wäre da noch ein dritter gewesen, Keule. Boah, boah, mit Ali. Boah, sagen wir mal, mit Carsten Ritter zusammen auf A? Nee. Was? Oder? Meinst du einfach durch? Let's rush, ey. Try it, try it. Yep. Direkt con-smoken, CT-smoken. Ich habe gar nichts. Ich habe einfach nur eine Deagle, Junge. Reindahmen. Und, äh, Connector. Ja, ich bin zu weit rein. Egal, wer jetzt das plant. Boah, Junge, er ist so verloren, ey. Ich habe das Gefühl, er spielt ohne Sound. Spielt ohne Maus, Junge. Spielt auf dem Thinkpad mit so einer, mit diesem Touchding. Ne, der hat noch eine Kugel, Kugellager. Kugellager in seinem Gesicht. Ja. Man nennt ihn auch das Kugellager-Gesicht, glaube ich. Man nennt ihn auch Olaf Schanze. Ja. Geil. Bock auf eine Lanze, Junge, let's go. Wer hat denn die Bombe? Ähm, ja, okay. Am Nacko ja die Bombe. I'm gonna be, guys. Come on, B. versuche einfach durchzukommen lauf ich werde es nicht schaffen ich versuche die abzuhalten aber mitte auf jeden fall kommt über short einer deck short orange check short check short ja noch einer short einer short dafür habe ich dich gekauft junge da kannst du haben ganz gut zeigen dass das mikro richtig scheiße sein kann wenn man sich das in den rachen schieb ich habe keine smoke für window achtung war der schöner freck kein ding für den king kommen kurz 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 ja schnell ja komm dann müssen wir durch mein gott ja schön helfen man schaut eine flash da rein haut die flash da rein und dann je weiter auf zeit und plente ja der hat sich nämlich nicht gesehen doch hat er lasst es geht schon bis auf ach mann ich kann nur da rauskommen ich steppe ausgeladet schon gewusst ich kann nur dahin gehen vollkommen dumm genau junge vollkommen dumm danke ich bin jesus karl immer bitte deckung hier aber von unten weiß ich noch nicht ja probier mal hier kommt entgegen hier ist gut aber stark ich glaube bei mir war auch einer oder erst zurückgelaufen keine ahnung was die jungs wissen aber zum b war zum beispiel komplett frei war kein einziger dort aber auch frei egal wir haben ja auch gegessen also pascal hat erstmal damit angefangen einen ein nach dem anderen sich ja ich bin auch ein bisschen stolz auf euch so ist das nicht ja ich schreibe rein zu stecken ich will kartoffeln hätte ich auch gerne ja ja am liebsten wenn er aus kieftühl kieftühl wo er kommen ja hast du eigentlich noch ein bier aufgemacht oder ja mach jetzt gleich schon wieder wer dazu ist wenn man spontan besuch bekommt dann ja da geht so eins oder auch vier oder acht ja kenn ich kenne ich lass auf flo du bist alleine ich komme ja abfahrt einer ist dort einer ist dort einer ist dort komm 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 on spot on spot ct kommt ct kommt kitchen down oh junge sauber alter wieder drei deine kills waren geil thank you ich guck genau in die falsche ecke als er kommt ey guckt er in die richtige ja entschuldigung tut mir leid nächstes mal guck ich in die richtige dann ist es auch wieder die falsche kennst er doch wie mit frauen ne man kann nicht mit man kann nicht ohne meine kamen meine kamen hat mich erstmal voll getextet auf dem tisch fragt mich dann ob ich streame und geht raus ja vielen dank kann man wieder gehen und tschüss ja du ist window zu schau nur ich hole die bombe short short he took an ist komplett klar hier ist nix ach der ist da oben noch drin von wo kommt er von kurz von short er kommt von short denke ich mal zweites gesicht verpasst ich wollte kurz duschen gehen kurz ein kloppen hässlicher gartenzwerg ehrlich richtig schon mal einen über den pissa ziehen eule spielt fortnite wir haben eine zeit lang wieder eule zusammen gezockt stimmt ja mk keine ahnung weil die mal ein bisschen behindert ich bin ich die wollen beide in die mitte gehen wirklich ich habe gar keine jungs bei mir ist vielleicht flash apps flash apps ich gehe rüber ja apps ich gehe von short noch zu da hinten last shot last shot boah junge bei mir hat es erstmal boop gemacht dann hatte ich irgendwie so ein im gesicht das ist der trick du musst zuerst boop machen ja ja das kam ich aber nicht zu warum denn nicht da kam sowas angeflogen das machte pling und dann war mein bildschirm weiß humphrey bogart ok ja humphrey ping was humphrey platsch platsch boah ne passt glaube ich ja ja passt geht geht weiter anders ist entspann aber okay er ist es låten sowas das man ob auf er muss da unten sein muss weg ich check mal nach waffen er ist mitte man hört nur einen schuss und man sieht oben oh markus wieder klack schön aus dem parlament eine rausgeholt jawoll jetzt habe ich hier so eine sg alter damit kann ich ja nichts junge kannst du bei sind dafür kriegen die kann ich auch nicht sg geht immer christian rei getauscht er ist sowieso in deren köpfe du willst aber erst mal wenn in mitte oder auch nicht direkt einen in hosen schall gekloppt bekommen weil ich nicht drüber reden wollen wir auch wirklich nicht con schade junge jetzt meint aber auch oder richtig schön einmal ins gesicht gerotten gut geklebt ja wir können oder ohne unser meter nur 15 beide meine diegel runde auf keinen fall ich mache mehr als diegel glaube ich mitte auf jeden fall richtig viele steps das könnte sowas von con werden seiner window von uns ich komme nicht weg der kommt kommt zwei stück ein hallo einer stairs und palace mit einer mit oben noch einer ja gut ja auf distanz bis ins wo ist alles was mit noch du w 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 das gefühl ich muss irgendwie mit b gehen weil wir kriegen dann nix geschissen irgendwie da drüben da kommt irgendwie alles auf kurz durch nicht traurig dass er ist eine rente oder ist das ja sicher ist auch was da ist geflogen und kann er hält in mitte ja ihr seid aber auf b das hat mit mitte nichts zu tun mitte muss einfach einer stehen ich mache mit der nächste runde ja junge treffen doch einfach wahrscheinlich wieder typ 13 kills haben kann es ist ein guten frage ja ich gehe mit he mitte ich habe kein geld ich versuche einfach mein glück rampe steht bei uns und ist groß drei leute so einen weiten weg gehabt nur short der mate down alter geil wirklich danke dass sie haben darf alles gut keine 20 sekunden war ich kauf jetzt aber ist mir egal ja natürlich rein da ich mache mitte ja genau aber ich mache mitte schön von kurz junger richtig schön offensiv asozial und window guckt keiner von uns dann auf jeden fall aggressiv ich gehe rüber konnte 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 denn kommen wenn wir aggressiv und drin ramp auch ich habe keine control weiter rennt doch nicht so viel ja also er hat also lecker okay du kannst genauso kochen die sind machbar die können gar nichts die sind machbar sagt die machbar für euch können sie nichts also trotzdem ist das ein team spiel das das problem ja manchmal wünsche ich mir das in solchen fällen nicht oder typ ohne scheiße ja ja mitte oben zwei wie kommt er denn da durch er chillt auf bps immer noch alter ein schluck kaffee ja 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 Ich bin auf. 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 Die Bombe haben. Der hat sich gelegt. Der hat sich gelegt. Uh oh. Können knapp werden. Na ja. Hat er. Na wohl. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Schloch. Geil. Guck in Discord. Ja. Come on. Come on. Come on. Chop. Chop. Ramp. Kommt was. Ramp. Flashbang. Ramp. Ramp. Flashbang. Ramp. Ramp. Flashbang. Mit da oben ist was. Mit der oben ist was. Mit der oben ist was. Mit der oben ist was. mit korn i think i heard something palace ja mittels nabe die beiden kannst du nicht stellen das müssen die haben der von mir schon er die gekriegt vielleicht mit naubi bekämpfung über der bomb ist fein ist rampis ramp jungen hat ja auch augen alter tetris ok lass dich abschießen ja ja er ist nicht mehr tetris ja ok ja operator 88 von mir gekriegt luca new can you barbie Mercedes-Benz Thank you See you there, hallo Aps, Aps Aps one Maybe two Careful then Con Con is coming, Con Throwing fire I see nothing Aps Throwing a grenade Palace Ab die Bombe, ab die Bombe Ich bin low Es ist auf A schon drauf alles Pass auf Ist noch einer irgendwo Throwing smoke Bei mir Mit da oben Okay, okay Nice Wichtig und richtig Es hat ge... 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 Gesölhaft Ja Krass Junge, du hast drei Kills nur mehr und gefühlt 48 Milliarden Punkte mehr Ich hab halt ultra viel Schaden mehr gehabt, als du Äh... 570 oder so, um genau zu sein Geil Ne, 500 Irgendwas, nur Jetzt korrigier dich doch nicht nochmal, Mensch Ja, komm So gut jetzt Ja Du siehst ein bisschen aus wie Rita Ora Ja Wer? Ne Geschehen... Geschehengewehr Gewehr auf Wien, quasi Quasi... Ja Ist äh... Mhm Klar Wer will denn da wat Wart jeder da? Ja Wir hatten für dieses Adventshaus schon gespendet, ne? Ja Dann sollen sie sich nochmal fragen, bevor ich den die Kiefer auspresse Ja Ich bin 10, oder? Ja Okay Schon wieder Mirage? Ja Ja Also es wird nicht gewichtelt bei uns Weil die alle schwul sind bei uns Wenn die einfach alle schwul sind Ich glaub die stehen alle auf Männer Auf Läuse stehen die Okay Let's roll Gut, dass keiner von euch Kacklappen in den Chat gesehen hat, ey Die haben da reingeschrieben Please ban ancient carriers Okay Okay Boah Entzünden wir noch ne Kande, wa? Ja Can you talk? So wieder da No egal Thanks for talking Was denn? Hinten, oder? Kann er, sag ich Ja Hau rein Ja Rush KFB Okay Ja, okay Let's go Ich glaub die kennen die Map nicht, ja Hello, my friend Let's go All knows Puchuchu Wett Okay Nice, nice Türk bist du? Er wett, er wett, let's go Junge Er war saftig Er war saftig Nicht schon wieder sowas, ey Er spielt cool, Barretta Euer Ernst? Ich bin der Erste, der tot war Ich bin der Erste, der tot war Can you look with me? Rechte Seite saß einfach die ganze Zeit ane Und hat das beobachtet Wollten wir wahrscheinlich sogar von hinten ne Waffel in den Arsch schieben, oder so Mit oder ohne Puderzucker? Mhm Mhm Sag mal einfach Mhm Ich hätt schon Bock mir jetzt noch so ne Mauer am Stange ane reinzuschieben Boah, richtig rektale Fiktion, Junge Come on Do same shit Fortsen wir rein, ja mit, äh Weg 10 Und ich bock dich dann Und ich bock dich dann Und ich bock dich dann Oh Typ, lock doch nicht am spawn At least, lock the right side Check it Geil wie die HE gesessen hat, ey Back 10 from me Tornade out Bombe, wer auch immer Ich Legen bitte Ich muss das aufheben Don't lock, don't lock Don't lock Verpiss dich, Markus Ich mach da nur Faxen mit dem Ja, ja, genau Mit 27 AP Ja, von 1 in 1, hallo Oh, Cave, zwei Stück Ja, 1 Ram, genau Ja, siehste, das ist wenn man nicht guckt Ich muss doch irgendwas machen Aber lass die doch kommen Aber deine Mails müssen halt mitspielen Hast du doch gesehen, Junge, wir sind gekommen Ja, wir sind gekommen in sich selbst, ey Ja, ist so Ich kack dir auf deinen Bauch herauf Und ich mach dich lang So, Dragos, der den Tee können wir jetzt kaufen Ho 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 You like that? I play a bit slower, okay Ja, 3 A, 2 B, let's go Nice, immer schön die Bombe droppen, danke, danke. Grüße gehen raus. Was sagt er? Alles gut bei euch hier? Info? Ja, da ist einer. Links oder was? Ja. Oder war zumindest. Immer noch? Ja, in der Kiste. Zwei Stück müssen da sein. Alter Schwede. Komm weg da, Junge. Ich hab 10 AP. Ich hab B, ne? Ja, wir kommen rüber. Eigentlich müsstest du den langen Weg gehen, glaube ich. Ich komm über, genau. Ja, bin dabei. Hey Typ, wenn du dich nicht dahin hocken würdest, wo ich durchlaufen muss. Ich weiß nicht, was ihr alle macht, Alter. I don't know what you did. Alter, wir spielen gegen drei Mates, äh, gegen drei Enemies. Und wir schaffen es einfach nicht. Es ist... Oh, Alter. Can you do kills? Is it, äh, possible? Let's go. It's so fucking easy. We have the spot. We smoked it. I don't know. Äh, er meint mich damit. Ja, weil blind. Hast du noch mich direkt an den vor's Maul bekommen? Pass auf, da kommt einer. Da ist noch einer auf Side. Die spinnen immer zu zweit da. Aber die werden jetzt eh da sein, weil wir den ersten geholt haben. Ich guck rechts, guck zu links. Ich blente. Okay, ich blente nochmal. Moment mal Deckung, Junge. Das ist CD-based. Ja. Ich hab hier dieses komische... Ah, geht doch. Take the op, please. You want it? Nice, bro. Thank you. Play same shit. Play slow. Get the first Rack. Very easy. GERR-Money. Tadjikistan. Kein Problem, Jungs. Guck du mal geradeaus durch. Ich hab links. Nice. 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 Ich geh mal close. Ja. Ist gesmoked alles hier. Achtung. Box is low. Kassiert ist tot, glaub ich. Nice. Äh, Bombe ist down, leider. Come on, go together. Komm mit, komm mit, komm mit. Ja, wir sind nur noch wir drei. Ja. Komm, geh mal rein. Ich hab ne Awe. Wenn der jetzt schon noch war ist, rast ich aus. Ja, ja, der war safe, CT. Da, 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 da. Ihr musst doch echt aufpassen, ne? Ich bin so auf Kopfhöhe bei euch gewesen, ey. Ist gut, kein Problem, kein Problem. Simba ist bei dir. Nee, komm. Nee, komm, jetzt ist, äh, ja. Reicht. Nice, when you are. Masse needy, Baba. Ich freu mich gerade, ich spiel verblüffend gut, obwohl ich echt schon. In einem T-Up. Hallo, äh, hallo. Na, hallo, was? Ich treff gar nicht mehr auf der Web. Oh, sorry. Sauber, minus 30. Oben hab ich. Willst du mal links reingucken? Ich bin nicht da. Boah, da oben ist er. Links hab ich, guck du, rechts. CT. Rechte Seite. Rechts und links, ja, vergiss es. Wir müssen hier weg. Wir müssen planten, lass hier weg. Warum sollen wir da hin, wenn beide da sind? Ja, let's go. Also, es ist, wir spielen gegen drei, aber das sind halt zwei. We're going B. We're going B. Two on A. One CT. One middle. I think, eh, be clear, go on. Landen. Starker Schuss. Bomb has been planted. Kommt. Flo, komm offside, Junge. Er braucht dich. Ja, ich bin so tot. Yo, yo. Ja, komm. Ja, komm. Was soll denn? Komm, der Flick war ja wohl echt asozial. Ja, der hat schon hart gesessen auch bei mir. Come on, come on, let's go. Can you boost me? Och, der hat ne Awe, Alter. Einer Down-Offer. Ich bin für ein Problem. Ich bin für ein Problem. Okay. Okay. Schlimm ist, ich bin doch wahr. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Einer ist CT-Base. Ich habe ein Resetmantore. Markus, hast du keine Lust mehr aufkillen? Mein Herz schlägt Aragon. Aragon, aber erst wenn ich in deiner Mama komm, Mama komm. Wichtig. Geh, wir gehen hinten über CT zurück, äh, über T, weil Mitte ist ne Awe, glaub ich. Oh nö, ich dachte du hast B. Ja, ne, aber es sagt keiner was und es hilft auch keiner, dass das Problem. Also ich weiß nicht, was mein Meta gemacht hat. Er hat richtig gepinnt. Ich pisse jetzt im Schlägen. Ich treffe ihn aber auch nicht. Ich treffe ihn aber auch nicht. Okay. Boah. Ja, Maggie ist da. Er hat den Fuser gekillt. Mann, Mann, Mann. Wurde auch mal Zeit. Ja, okay, cool. Ähm, Disconnect und dann, ne? Ach so, äh, Felix schreibt gerade, er wär dabei, wenn er, wenn wir noch einen machen. Ja. Haben wir verloren oder gewonnen? Wir haben gewonnen. Letzter Kill war meiner. Geil. Hör bloß auf, ey, mich kotzt es gerade echt tierisch an. Was genau? Ach, der Flick von dem vorhin, das war einfach unnötig. Darfst du dich nicht drauf aufhängen, Junge? Ich hab doch genauso einen gekriegt. Ja, natürlich, aber den hätte ich haben müssen und er flickt uns da rüber. Nein. Oh, komm mal ran hier, Jessie. Und guck mal direkt Cave. Boah, Jüng, die spielen das aber auch krass, der will von sie, find ich gut. Nur scheiße für uns. Zeig mal noch mehr, Roboter. Hallo, hallo. Kisdorfer. seite cave irgendwie weit vor sehr gut so in der ecke dass ich nicht sofort abschießen konnte alles gut ich habe irgendwie auch gar nicht darauf dass einer sitzen mitte einer mitte oben und zeit und zeit ist ja behindert was macht er ja ich kann die füße ist fein ist running ich wollte einen jungen du siehst du gehörst genau wo der gegner kommt und du läufst ihm entgegen ja warum post der mich denn so ich dachte der geht so die füßen du sagst das war ja viel weiter vorne meine ich der in aus mitte in cave kam ach so aber ich hab mich doch geholt ja ja aber du weißt genau dass er kommt aber du bewegst dich ihm also du läufst ihm entgegen bleibt doch stehen ich mag schnitzel ja ja ich habe mich sogar paniert und blind sind blind ich hab's guter verhegst schöner frack ja die hat gemeint junge immer kurz wo ist der typ hin digga einer mitte oben ist low die planten so kinder uns ich habe ein fehler mit einer m5 mp5 hat er hat kein kit aber der die 9 sekunden oder ich würde sagen ja wirklich ich hätte einfach den zweiten gar nicht pieten müssen weil er aufgehört hat aber ich dachte er hat ein kit und zieht durch ich hätte noch einfach treffen können zwar auch gewesen was ja bei der ecke auch genau angeguckt die hier bewegt das mag die ecke hast du die textur angeguckt und gemerkt ich wollte einfach den lauf verstecken falls hinter uns einer kommt gute idee junge in der mitte rechts mitte oben kein gesehen einer war bei dir quasi in donut und einer war mitte und den hast du geholt hinter dir liegt die bombe wie gut nix aggressiv gehen finde ich mittlerweile auch echt einfach nur am besten ja wir haben halt das ja warum nicht machen einfach rein schlosser sorry irgendwo rechts ich wollte gerade sagen ich hätte eine mutter aufgehangen am großen c und hat der rechsen und rechsen und danken jetzt auf floriel in paris wird auch nicht so floriel paris in paris bis auf die straße nicht pushen man Uuuu Ach, Typ Ich will, Phil Willst du in der Mitte spielen, für sicher? Cave! Oh, Junge, der hat so durchgezogen Ja Alter, was ist los mit dem? Ja, er holt alle Er macht einen Ace jetzt Ja, und er muss auf jeden Fall das Lenker zur Seite legen jetzt Das hören wohl wirklich alle Alter Hast du Tortillas jetzt gegessen? Ich will auch irgendwas He Mitte Ja, viel zu spät Ja, ist so, sag uns doch früher an Viel spät, also viel zu spät Viel spät, Junge Viel spät, Junge Kennt ihr viel spät? Viel spät, Junge Kenn ich auch Das hört sich ein bisschen AB an, wa? Ich bin einfach nur blind, Junge Junge, wo bist du? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Sauber, grün, sauber ist gut Gefällt mir Zeig nochmal Ne, hört man nicht, hört man nicht Sauber, sauber, war nicht schlecht War schon gut Let's go Zeig mal Schlitz kurz Das picture von blue gefällt mir, im Gegnerteam Ja, ja, sieht fast aus wie das Arschloch im Discord Ja Safe Sehr gut Noch mehr? Masters? Entschuldigung, welch ich gerade hab Er ist mo-laft Ne, ist sol-laft Alter Er ist so-laft So-laft Was mit dir nicht stimmt, ey Mich haben sie damals zu lange aus der Pavian Klinik rausgelassen Ich hätte noch ein paar Minuten gebraucht Ich glaube auch Backofen zu niedrig eingestellt Ich bin in Krefeld aus dem brennenden Affenhaus entkommen Ja Jo, alles klar, A It's hey, it's hey, it's hey Flashbine 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 Ach, der ist schon da hinten durch Ja, CT, 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 CT already Ich hab gerade A mit B verwechselt Ja, ich hab's gemerkt irgendwie Habt ihr alle einen Schlaganfall gehabt Hm? Boah, Alter Boah, wie kann man so eine... So ein Lackbolzen sein, oder was? Ja, ja, ja Der hätte nichts gerissen Bei den Talonner, glaub ich, ne? Der hätte nichts gerissen im 1 gegen 1 Außer sich den Zeh nagel vielleicht, aber sonst nichts Für eine Eingeliesene Zeh nagel Ja, Junge, Junge, Junge Ich glaub ich sollte doch nicht mehr da oben stehen, ey Wo denn? Ja, Junge, du musst jeder... äh... Dingens eine andere Poli haben Ja, das ist mir auch, klar Ich brauch einfach ne Beisen jede Runde Wir können auch Noch einer, noch einer Ich hab zwei geholt Ja, ein dritter weiß ich grad nicht Hier, irgendwo, oder? Oder war das der Step von Blue? Naja, war doch richtig A piece of cake, sowas Guck mal, wir kann mal so richtig, äh... Green, can you? Yeah, thank you Ich hätte ja auch noch ne Arme legen können, Freunde Nächste Runde Awe makoi um Awe makoi Awe makoi Aamun agoi um Let's go Throwing fire Throwing fire Throwing fire Flashbang Flashbang Graduated out Smoke Deploying flashbang Nice Danke, danke! Digga! Sorry, sorry! Ich denke so, warum krieg ich Schaden? Junge Hä? Hä? Einfach einer disconnected, oder was? Mhm Nee, nee, ich bin reingekommen Du auch Zeit Oh, amener Kolben Oh, amener Kolben Der ist die hässlich-style ist hier Ach, weißt du, was soll der Guide? Hallo Flixbus, grüßt sie Hallo Hallo So lebhaft, das ist einfach ein Traum Du bist einfach, du bist einfach das Leben in Person Ja Finde ich auch total schön Immer wieder schön die Bekanntschaft mit dir zu schließen Ja Ja Fliesemuskel Ja Fliesemuskel Oh Trade, trade, trade Junge, er hilft mir ja nicht, er verkauft mich Ja, ja Da wird nichts Wo denn? Mitte Mitte, unten zwei Stück To in middle low Oh Spoo Spoo Junge, fall um Fall Obst Okay, wir müssen nicht pushen, drei gegen einen Bombe 3V1, we have bombe TST, äh CD Von A Oder mit oder Donut Nee, Donut heißt Donut Steppt der Hund, jetzt weiß er, dass wir hier sind Jo, da bist du mit der AUG so dermaßen drauf und er fällt nicht um, dieses Piss Game, ey Sei ruhig da hinten Ey, schmuttelst da Sei ruhig jetzt Hast du den Flix-Train dabei? Ähm Flix-Train Nix muss Hallo Den Flix-Train? Hallo Ja, natürlich, gut für dich Ja, natürlich, gut für dich Siegli, kam ich den Rabatt oder so? Danke, ciao 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 Ciao, wie geht, sind wir nach dieser Runde hier fertig Ja Okay Kannst du direkt mit einsteigen B-B-B-B-B-B-Pushen B-B-B-B-B-Pushen Ich komme mit der CD Boah, sowas von Hilfe Ja, Digga Hä? Cave auch Cave Cave Du bist eine Maschine Tu wir mal Ja Digga Nice, schöner Schuss Let's go, defuse Du kannst nicht erst steppen, dann shiften Und dann in dem Gang stehen bleiben, wo dein Mate hinter dir steht Haha Is so Was ist mit ihm? Alter Thank you too, guys Let's go, Amanakorium Kunusch mal landen Wirk misst Chopp, weiomatt Na, Pimlan Endlich gehen die die Ränge in die richtige Höhe, Freunde Jawoll, Junge Olaf, Schmutz am Start Siehst du, jetzt hast du ein Kill mehr und hast einfach 35 Punkte oder so aus deiner Glatze rausgezogen Hey, hey, hey Das ist meine Glatze aus dem Spiel Gott, ohne Scheiß den Stream kann ich nicht hochladen, ey Junge, aber das hat doch hier alles ziemlich human So, was ist jetzt hier mit diesem Karl Lauterbach seinen Zahnfoul fast ab? Das Bild ist göttlich, ne? Hallo, 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 kannst du bitte Ich muss pullern Ja, ich auch Oh, ui, was ist denn mit den Punkten los? Wir sind die Pullermänner Ja Wenn ihr den Fernseher hört, dann müsst ihr mal Bescheid sagen, ne? Ja, alles gut Das geht schon, mein Süßer Dann hab ich ja wohl nicht in die Kamera ziehen, ich nur witzschneiden Habt ihr das jetzt schon geklärt hier irgendwie, oder? Letztens haben wir noch geschrieben und haben noch gesagt, na, bevor wir zocken, sollten wir vielleicht einfach mal in Ruhe einmal quatschen Habt ihr noch nicht, ja? Oder wie? Nee, ist aber auch, ähm Ja, weiß ich nicht Hast du diese Boxen, oder? Er wünscht sich, dass du, ja, das darf man nicht mal, aber Ja, ich Ich hab gerade einfach andere Dinge zu tun, als so einen unwichtigen Scheiß aus der Welt zu schaffen, der gerade wirklich richtig unwichtig ist Okay, weiß ich auch Keine Ahnung Hm Ja Außerdem hab ich jetzt schon acht Bierchen getrunken und Schön einen Tee Ist er wieder da? Nee, geh bitte Ich denk mal, Michi sucht seinen Pimmel noch Der hat noch nicht mal abgeschlackert, Junge Ich drück schon mal auf spielen, oder? Hm Meinst du, der war auch so lange, bis er den findet? Auf jeden Fall, Digga Wenn du ihn nicht findest, dann suchst du Bei ihm ist das Problem, dass er erst seine Frau rufen muss, die ihm kurz mitsucht Ja Ja Das ist nur eine Vermutung Schön suchen nach dem Schwanek Bist du auch so ein Stick? Nein? Rektal vielleicht? Ein Rektal Stick Rektal anal oder oral? Ein Rektal Stick, Schatz Rektus Maximus Rektus Maximus No, Mectus Rakticus Ja Raktikus Oh Junge, wo ist der Pinkeln? Banus zuerst Ist der Mectus gelaufen oder was? Junge Ich drück einfach drauf Junge, was soll passieren, außer dass er nicht annimmt? Ach Pascal, jetzt geht doch bitte einfach, ja? Herrlich Ich kann euch nur empfehlen, Hintergrundkulisse am besten Office nehmen, weil es schön kühl und Schnee ist schon ein geiles Ambiente, danke Ja Halt's Maul Ich hab Mai Retsch Ne, mach ich im Sommer wieder rein Junge, wenn wir 35 Grad haben Durch die globale Erderwärmung Achso, das sind wir Ich denk gerade, klasse Punkt, aber wir Aber die auf der Gegnerseite, die haben jetzt auch nicht gerade wenig Ja, ich würd sagen Nuke Die sind auf Mirage Ultra Ne, rot sind wir, oder? Ne, rot sind die Rot sind die Gegner Guck mal, die sind ja überall schlecht Wir sind scheinbar total stark auf Overpass und Mirage, oder was? Ja, weil wir sie einfach ultra oft spielen Siehste, jetzt spielen wir wieder Mirage und rasieren alles Aber vielleicht sollten wir auch mal meinen Arsch rasieren und nicht nur Mirage Geil Ach man ey Du bist aber auch ein krasser Kerl Ja, klar Let's roll Ich finde auch, dass, äh Michi, dass Michi ja in Sicht von Reiferschlächer hat Ja 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 Was, wer hat wen? Ich finde, du hast das ideale Gesicht für einen Radiosprecher Ja, geil, ne? Ja So Felix, kannst du überhaupt reden, oder? Naja, so ein bisschen, ne? Schrei mal einmal Nö Let's go, ähm Mid, short to be I smoke mid window GG, thank you for the game Oh nein, dein Job Jetzt haben wir echt die ganzen Politiker da oben am Monaco Chill mal Leute, chill mal Munster? Also Warum in der ersten Runde immer mit der fucking Nade, alter Guck mal, ich bin so blind Der hat gesessen in einer Window Weiter, weiter, weiter Ich bin so herbelow Schön Oh, Söderich, mach mal nicht so weit Ich hab 7 oder 30 AP nur Eine AFK Ach, das war der letzte Digga Und dann läuft der auf einmal los, Junge War's nicht? So weit im Timing, ne? Zeitgleich quasi, ja, ja Boah, auf einmal läuft der los Ich wollte den nur nicht killen, um mich nicht zu verraten Und auf einmal läuft der los, Junge Direkt hat deinen kacke Stift gemalt, ey Ja, ist so, alter Direkt Durchgezogen in der Wuchse, Junge Aber die 3 stehen oben, dann weißt du Bescheid Wollt ihr den Olaf oben sehen, müsst ihr die Tabelle drehen einfach an der und ob er kommt man die mitte da oben im haus wahrscheinlich einer kommt bei dir das war gar nicht michael alter was im schiff wird smoke window smoke short and go to a okay dann kamen so mach du mal als einziger richtig schön langsam auf palace okay das ist nicht dein ernstiger ja aber es wird auch wieder nicht auf den smoke gewartet aber dass der uns kriegt kriss kann er zu karüben siebrot mann kannst du nicht schießen der chance direkt vor mir ich konnte nicht schießen dann stelle ich doch einfach woanders hin weisen alter war so eine beise gute frage weil ich noch hatte von der letzten runde sie den geklaut oder was oder gibt es ja auch bei t ich habe ja generell nicht drin wahrscheinlich deswegen auch du hast aber gleich was anderes drehen wenn du so weitermachen lieben wir und ich smoke ein connecter ab die he war gut window einer da und der andere ist unten und da oder was ja ja der geht mit hoch jetzt nehmen und raus war ja der geht muss was passieren wir beide allein sagt euch muss was passieren ich kann einen legen ja gebe her ich nehme eine kebab drauf waren oder versuchen mitte kamen er hat gesteppt ja ja versuch mal irgendwie zurückzukommen digga gehe entspannt zurück also jetzt gibt das ja da kommt short und cdbs dort steht oben scheiße idiot ich gucke auch nicht französisches salami stick in meinen arsch gesteckt in frau macht man glaube ich immer so karl mit seinen gimme zählen kann ich kaufen oder let's go for the ramp to a ja die hei war mega ich kann nicht ich kann nicht mitkommen drei leute da war mal was jetzt nice schade mal schon knapp flicks bus oder was ist mit deiner kohle junge generell was ist mit euch keine ahnung ja dann verkaufe ich wieder gg dänke wurde geben und meldet mich mal in der mitte dann hol ich mal eine waffe hier das war jetzt bekommen was ist mit ihm short kommt auch digga auf jeden fall war short was ich glaube du stand zu weit hinten man konnte glaube ich den kopf sehen ehrlich ich glaube wenn du zu weit hinten stehst sieht man den ja so scheiße ist er doch jetzt wird spannend ja gut aber was soll denn sonst also aber sauber war nicht schlecht noch mal 366 grad drehung soweit ist jetzt ja wir müssen mal so ein bisschen wird reißen war ich habe mich noch kaufen können so jetzt können wir ja kann ich das auf die zeit zwei drei runden nicht kaufen können also es gibt müssen uns aufteilen ja wo die auch sagen 2a, 2b, 1 mit was machst du hier 2a, 2b, 2 mit ja aber du schleichst schon am t-spawn gewohnheitssache von früher die pushen so hart in der mitte ist noch einer mitte ja anders auch ich bin tebe ist noch wie du allein übel boah junge guck noch mal runter ey was macht der so schnitt können meine augen die pixel gar nicht generieren wer denn wie der guckt der ist voll am zittern dabei sieht wahrscheinlich unten links in der ecke oder so nein der ist einfach oben wenn er jetzt oben reingeht über der steppe ja aber er kriegt jetzt direkt an so wie er steppt ja weil er keine zeit mehr hat wenn er mit seiner sensivity 4000 da spielt ey warum muss man das messer nochmal rausholen verstehen ich glaube er hat mit petra zwega einen vertrag ich denke auch der ist in irgendwelchen clan strukturen verwickelt ich glaube auch das könnte wirklich der wahrheit entsprechen das gibt es nicht ganz viel in der mitte ganz viel das ist doch unfassbar immer noch die kohle mit tobi auch zwischenzeitlich mal gecheckt oder was wir haben nur vorgestern mal kurz geschrieben aber sonst gar nichts mich würde interessieren ob er auch die level technisch immer noch bei dem ist was er mal war eine gurke gar nicht nicht ich glaube der lange nicht gespielt oder also CS und so er hat es richtig lange nicht gespielt ich weiß nicht was wir machen sollen ich gehe jetzt mal von under die pushen halt übel hart mitte jedes mal ich gehe jetzt under der die sind schon top mit ja ja andere haben sie gesmoked ja weil er sich verrät er verrät sich einfach ich glaube hier ist noch was ich komme jetzt hier im Haus gerade nicht weg oder ich gehe über TBS irgendwo auf A ist noch was ja warte warte ja schön nachfügt es kommt zu dir muss drauf du musst drauf naja nein alles gut ja dann wäre es nicht gesprungen jetzt gehabt du springst voll oft einfach so durch irgendeine ecke und versuchte leute dann zu killen aber es hat kein call of duty das muss ich abgewöhnen was viel zu wieder ein 6 aber auch bei 1 6 ging es ja nicht doch es ging ja ne hallo ist ja auch vielleicht ging das bei condition 0 aber das hat meine oma damals gezockt auf meinen lippen meine muschi liebst ich komme zu dir chris der ist in dem connect da drin ist das unglaublich wichtig die schenke hier zu sein wie einer tt ja ich hab die bombe nannte letzte city grünes übel weit weg warte noch hat den flank don't step green purple is waiting for you er war erz er braucht zu lange alter die hatten wir haben müssen die runde ja letzte kaufen was geht ja stimmt ich gehe wieder an da gäbe es noch mal rein müssen halt die voll spielen das klappt schon ganz gut pass auf es ist keines windows ok das war es im window gesehen kontot ja lass mich doch raus zu einer auf jeden fall window con close masse kommt ja oder wird in die flash geworfen naja ist schön zwei gegen zwei einer kommen ja das glaube ich ehrlich gesagt nicht ne glaube ich auch nicht mehr deine mutter hast du ne smog oh ok bestimmt cd bell ist einer und wahrscheinlich wir hacken das gerade hier so alles oben palace ist gerade das schlechte innerer was da nix ne ne ist es nicht es 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 I play Und Mitte ist smoked schon ab Also Connector abgesmogt Wir haben das nix Mini short B Ja short und haus raus Ey Der Weg rum aus, kommt rein Jaaa Keine Ahnung ey Aber Smurphy trifft auch unfassbar gut Jetzt auf einmal, er war gerade letzter bei denen Jetzt holt ihr alles auf Ja aber komm er ist auch schon die ganze Zeit irgendwie Er ist ja jetzt gerade mal im Väter Ja und die letzte paar Runden Er drückt halt irgendwie so richtig clean Schöne Dinger Ich pushmitte mit ner AE Boah Junge alter Irgendwann steppere ich dir die Zähne raus ne Hahaha Ja Short 2 Gehen Stingen wieder kurz sagen War wieder B durch? Noch nicht, ja jetzt kommen sie Apps Klar Ja Und das Spiel ey Oh, wer ist denn geholfen? Was ist das jetzt machen? Alter 52, 150, 1, 23, hallo? Ja Eins Eins war wichtig Also die gehen halt ganz gut rein Aber sind jetzt auch nicht so die Helden ne? Boah Eigentlich nicht Boah Haben wir halt gerade irgendwie keine Schnitte gegen Sie treffen aber auch einfach alles in dem Moment Okay, zeig mal Ramp A Mitte wieder was? Ja komm durch Ach, ich spiel da mit dem NPC Junge B kommt Apps Apps Flow Apps A ist drauf A ist drauf Apps kommt trotzdem Ja ist okay, ich bin an der Mülltonne Er hat drei Leute auf Alkohol, stark Ein Gegner noch Letzte B Apps Auf B drauf Ist rausgekommen Hatten Schuss Nice Alter Well played Green Angeblich habe ich ihn nicht getroffen Aber ich schieße und du spritzt Blut Fick dich Spiel Echt Keine Beleidigung, ja Ich bin hier gerade live mit meiner Mutter It's game Sie sitzt gerade unter dem Tisch Oder unter dem Stuhl Nee Unter dem Tisch Gesäß Da habe ich dich für einen gelben Jilly in meinem Arm Ja Jilly, okay Mein Name ist Anjilly, hallo Anjilly, Anjilly Anjilly, Anjilly Anjilly War doch das Lied von LeWave oder nicht? Ja, ja Ja genau Ja, komm wieder Ramp Ja, komm wieder Ramp Okay Ja, klar Warum nicht Hä? Ja 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 Ich Ja Ich bin der Schreibst Ja Ich weiß es aber er hat vorhin gut gespielt kann man nämlich absprechen tja ohne kohle sei ich nur mitte kommt oder vielleicht vielleicht gehen die kurz wahrscheinlich kurz geht da noch aus ramm ist nix wahrscheinlich b ja kurz angriff ist allein lassen Oha! Einfach durch die Smoke, okay. Wir kommen, Alter. Aufs B draus. Direkt einer Bench. Oha! Der war knapp. Der Hurensohn, ey. Das gibt's nicht, Alter. Ja, da haben wir gerade keine Schnitte gegen. Es ist, wie es ist. Wir kommen einfach durch und durch und durch. Ja. Oder Floreal Paris? Das ist schon geil. Super. Kommt kurz rum und das erste, was du drin hast, so klonk. Gehen wir auf A. Gehen wir auf A. Gehen wir auf A. Ich geh mal B. Komm mal rein. Fang den Headshot. Ja. Gar nicht ganz so gut. In der Mitte kommt wieder. Die kommen. Connect da. Connect. Ey, da. Ja, keine Ahnung. Der Drescher war durch. Noch mehr. Auf A. Junge, das gibt's nicht, Alter. Nein, da steht der CD-Base. Ich weiß. Du hast kein Kit. Ich geht's nicht klar. Sie haben einen Krall daraufbrush. Ich frag nicht. Ne, komm nur, ein Nintendo durchkommende Drescher mehr gefallen. auch mal ruhig weiter auf go ich bin da ich bin da bin hier die vorletzte runde echt asozial was hieß ein egal der ist im connector geht auf war dann springst du kurz runter und riss im sprung christian hätte richtig übel haben die erst so aufgedreht als wir das spiel die seiten gewechselt haben ja aber trotzdem ich will da nicht nicht nichts irgendwas also waren schon sauber die waren einfach nur gut ja ich denke auch die einfach alle ihre momente gehabt hat er dick der hat ganz schön getroffen aber wer hat's verpeilt keiner von uns ja mein aber wirklich nur nebenbei oder was mit den gegnern ich hätte mal bock auf nuke nuke zahljavka gegner waren zwei karten mirage werden sie nicht bannen weil da sind sie sehr gut ja und der deco wollen sie wahrscheinlich auch nicht man doch haben sie dann lass doch mal mirage anubis und in für bahn ja wer auch für das perfekt weil die bahn safe die bahn 100 prozent ancient oder anziehen keine ahnung das wird safe nuke 100 prozent nuke ja wobei ancient sind sie besser als nuke egal auf ancient nimmt es auch auseinander ich hoffe es sehr geil gut dann fangen wir aber terroristes an oder und dann machen wir mal das was chris so sehr lieb immer in die rüber rein ich vergaß mich hier gerade echt selber ich will ja nicht mehr lecker ja dummer spaß für meine mutter es be nix mitte kommt zurück kommt zurück ok ok was auf der drückt ja warum kommst du nicht zurück ach man ach so ich habe mir damit übrigens woanders gekriegt hinter dir kommt auch einer das war mit zu rösen roger let's go ja ja Ja. Ey, der hat nix mehr. Oh, einer ist vor A. Alles gut. Wo ist die Waffe? Ist allein. Ja, die hol ich mir. Ja, auf B schön. Ach ne. Mann, wo ist denn dieser Wichser, der geplantet hat, Alter? War knapp. Ah, egal, war ne gute CT-Runde für Eco. Für die T's. War ne gute Runde für die T's, ja. Äh, kaufen wir jetzt endlich, danke. Gerne. Tschüss. Hör mal auf jetzt zu pushen, Chris, danke. Ja, gerade er, ey. Ohne Kills, hallo. Hi. Markus hier. Ich glaub hier. Mit einer weg. Ich glaub hier. Ich glaub hier. Noch einer. Hast du mal ein Heelsage? Ich glaub das war der. Ramp hab ich. Guck du Cave. Ich hab halt 10 HP, ne? Felix kann sein, dass bei dir auch noch was kommt. Okay. Ich glaub hier was wegsteppt im Hirn. Es gibt nur noch einen Gegner. D4. Bitte wenn? Hast du einmal links reingeguckt? Ne. Ich mein Michi, ne? Schossen. Äh, ich hab den Dings, hab ich reingeguckt, ja. Okay, hoff ich für dich. Gibt ne zweite Kauleiste. Kannst du dir deine Milchzähne schon mal wieder aufsammeln? What the hell? Und so ein kleines Plastikdöschen, die sammeln. Wer das wohl gemacht hat. Die verschimmelten Milchzähne, Junge. Und du killst ihn auch? Ich hab aus der Sinne Ködergranate gekauft. Warum heißt sie nicht Södergranate? Ach Digga. Sehr gut, sehr gut. Boah, hier richtig viele Steps. Cave, 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 cave. Rappen auf A, ne? Noch einer cave. Also nur cave, nur cave halten. Ja. Noch einer cave, noch einer cave. Zwei. Das ist der Hentai. Ja. Wie bei dir? Ja, ja. Einer cave, einer Ramp. Guck du mal Ramp. Ja, Ramp kommt. Sehr gut. Boah, habt ihr euch aber ganz, ganz, ganz knapp fast verkauft, Alter. Man kann sagen, Chris kriegt fünf Schisse ab und guckt nicht. Ja, weil ich ja eigentlich gesagt habe, er soll decken. Ja, ja, nein, nein. Das Problem war, der Winkel von Flixbus war ziemlich beschissen. Der konnte den nicht sehen links. Ah, okay, gut. Der hat den nur eine Millisekunde gesehen, deswegen konnte ich den noch ansagen, dass der kommt. Ah, jetzt verstehen wir die Welt wieder. Jetzt macht's kein Ramp. Ja, nachher boxe ich noch meine Schwester. Schön auf dem Kirmisch boxen wieder dabei. Sicher, Junge. Direkt an eine Stelle geben auf die Schläfe. A Steps. Ja, ja. Richtig, ich push dann hier rein. Ich mach immer nur so kurz. Weil die rechnen nicht damit, dass du eine Molly hinterherrenst, weißt du? Gut, dass Mitte keiner deckt. Ja, Mitte steht einer. Ja, super. Gib mir den Diegel. Ja, da steht ihr auf jeden Fall vor Donut. Oh nö, er ist gestorben, er ist gestorben, Alter. Ist das Mitte? Okay. Ich bleib mal auf A drauf, bisschen defensiver hier alles. Ja, letzter muss da sein. Oh, ich hab auf die Karte geguckt. Mitte oben links. Oh, unten rechts. So gesehen. Er ist bei mir, ist bei mir. Auf B. Komplente, du Fotze. Pass auf, dass er nicht CT kommt. Hey, ich hab ihn 100 pro gesehen. Nice. Sehr gut. Ich könnte einmal liegen, ja? Ja, bitte. Ach, ich hab, ich hab. Danke. Denkt an Kitts zu kaufen. Kitt, Killer. Kitt, ich brauch dich hier. Kitt, komm her, ich muss grad noch. Was? Was für Probleme? Naja, er ist halt im Steichelzoo, ne? Groß geworden. Ich glaub, er ist wirklich ne Möbel. Ja. Ja. Einer Cave. Hier auf A kommt auch was. Mitte, glaub ich. Noch einer Cave. Immer noch einer Cave. Der geht durch, glaub ich. Hat meinen M4. Durchschieben, oder? Oh, da ist einer. Alter. Oh, hier kommt was. Wommel ist hier. Okay. Auwe, Karl. Jürgen, ich kicke von ihm schon wieder den Deagle, Warner. Hast du das gesehen, Felix? Ich trau den nochmal. Hä, ja. Ja, bitte. Ohne Scheiß. Da liegt ne Smoke. Und er drückt mir den Warner durch die Smoke durch. Ja, Fick Schnitzel, ey. Schatz, haben die beiden schon mal gefickt? Was? Wer hat gefickt? Ich? Nee. Hört mir nicht zu, weil hier im Tunnel ist. So lieb mal da raus, Junge. Pass da nur Smoke weg. Okay. Warum? Hier, hier, hier. Hier auch. Okay, pass auf. Okay, Mitte ist hier vor diesem Dingerdown. Ich habe keine Ahnung. Ja, nice. Die Bombe ist in der Mitte. Ich zieh mich zurück, ich habe 900 W. Ciao. Ja. immer noch da müsste jetzt wieder rauskommen kommt zu mir glaube ich die gehen auf pdm kommen wir kommen wir drei frisuren marcus ich lege dir zu dem viel mit oder ohne mit schali ja aber nur kurz bevor dieser modul ja wobei er will aber auch komme ich gebe mir sind wieso wanderpokal ich gehe direkt rüber in der mitte damit es noch mehr auf einer habe ich auch gar nicht überhaupt gegen zwei junge ich hätte noch 23 und jetzt gebraucht war die waffe klick 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 da hast du auch mal eine nummer könnte hier wort ein paar bilder schicken lustiger mal der zahn voll fast ab von diesem karl ich gehe mal direkt mitte ja also er geht auch mit der arfe also hier ist ruhig mitte ja bei uns auf jeden fall kommt es auf jeden fall drin ich hab ich habe habe ich war ein step in der mitte habe ich gehört ja hier schön bei den kit aber keine smoke ich habe ihn leider nicht bekommen 27 ich bin mal tankt ja da tut so bei mir wirklich schiebt ja ich wieder warum posten in jede runde ich bin so heftig low ich habe oben links ich komme über ct nach nur wir beide ach ja da war eine schade ja also er push halt einfach jede runde rein jede runde let me play me please you can go a green thank you okay du bist du behinderung okay vielen dank boah müssen wir echo machen wir ja jetzt pusht der cave er ist halt so ein hund so unerlich noch einer noch eine reingeht links klaus einer savor wieder rein muss a werden muss a werden Ich brauch Hilfe. Schön Jungs. Habt ihr noch geholt? Ja. Sehr gut. Ich kann dir... egal. Move it! Move it! Vor Rater oder was? Nee, nee, nee. Ich meinte... Floreal Paris. Smokey, Flo. Alles gut, hey, ja. Los, smoke mal. Flashback. 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 Throwing smoke. Boah, hier, beide Seiten. Grenade. Ja. Oh, ja. Gute Nacht, bis gleich. Throwing a grenade. Boah, hier bei mir? Ja. Im Cave. Könnt ihr jetzt kommen? Boah, warum? Oh nein, unten, unten. Oh, der letzte ist Mitte. Der Shotgun. Geht Richtung A. Holt sich meine Waffe wahrscheinlich nun. Das wird die Mitte wieder. Jünger, block mich doch nicht. Verpiss dich, tütziger, oder? Hallo. We must win. Bunt. vollgas durch durch elefanten geräusche danke grüße gehen raus doch schön und deswegen hat er nur fünf kills man freund okay ein stück dreck jetzt schon mal muten bevor ich gleich aggressiv wäre aggressiv ist so immer so richtig schön reporten aber direkt zack spiele ich gleich das mal jetzt erstmal ja keine ahnung wenn wir keine waffen ich gebe es hier ist einer mit einer scheiß necke wenn wir in die fresse geschossen der pumpe ja aber flo wieso bist du denn nicht mitgekommen das ist halt so ein drecks bengel ich glaube du wolltest den muten ja also wir sind auf uns gestellt danke dass du mich block wir müssen uns ein bisschen splitten donut pusht auch so nicht das schön noch einer sehr gut er hat in der mitte zwei stück du hast gar nicht die bombe als irgendwas machen felix ich denke ab hier wurde leid ma springe ich junge wird wieder gewonnen wird jawohl blitz let's go ich kann nebenbei gerade wäsche aufhängen um halb elf nicht so gut junge wir hatten irgendwann bis keine ahnung und ihr besuch und da floss ganz viel bier und da bleibt so was dann gerne mal auf der drecke also ja manchmal so ist ja so hauberflor hey hier ist nur gestorben da kam eine brand und dann habe ich einen hat man hört gar nichts hallo oder einer tod mit einer mitte plänte und hinter dir oder cave ja ich hätte irgendwie auch keine zeit mehr um mich zu verstecken weil davon von überall kamen wir alle nähne ok geht doch ich glaube ja wir müssen auf meter aufbauen alter schwede ja zwei tod von uns ja und und Oh, Felix, guck mal in der Mitte, ob du da was siehst. Oh, pass auf, okay. Von mir. Ich verkack die Nade. Hinter dir. Wann ist Donut? Ich dachte, ich könnte ihn. Schade, bis dahin hast du richtig krass gespielt. Ja, Junge, wenn ich das sehe. Junge, lass dich einweisen, Donne Sonne. Oh, Junge. Ja, ich hätte ihn nicht pieken müssen, aber ich habe gedacht, ich kriege so einen richtigen Glücksmoment. Du hast mit 4 AP drei Leute weggerissen, du brauchst hier keine Vorwürfe machen. Können wir alle? Oh ja, Florian kann auch richtig. Du kaufst sowieso immer, ne? Du kleine grüne Anusmaschine. Der kauft erstmal eine Negev, Junge. Felix und Florian haben keine Lust mehr zu reden, oder was ist hier? Ne, wieso? Ich rede doch. Geil. Geil. Jetzt geht es übrigens. Ich bin einer weg. Spiel zwei weg. Kommt mal, kommt mal. ZD. Junge, was wollt ihr eigentlich? Schön einmal kurz durchmarschiert. Ja. Schön den Anus. Prickelnd geleckt. Wir kaufen ein Arschloch.de. Wir kaufen dein Arschloch.de. Also ganz ehrlich, A ist fern und schwach bei denen. Zumal da kommt eigentlich immer einer gepusht. Die pushen überall. Die pushen Mitte, die pushen A, die pushen auch auf B. Da wo Felix ist, pusht auch immer einer. Hier ist irgendwie gerade gar nichts. Habe ich das Gefühl? Ich kann nicht weiter schießen, weil er im Schussfeld ist. Ich habe es nicht gecheckt, muss ich sagen. Ich habe es einfach nicht gecheckt. Ich wollte extra keinen Molli hinwerfen, weil ich dachte, du checkst eh. Ja, ist so. Tue ich auch normalerweise, ey. AMK. Und wie er jetzt geholt wird von da. Bauern, Junge. Zeig mir nochmal dein Messer. Könnt ihr alle normal kaufen? Ja, ne? Ja, immer. Boah, ich brauche mal einen, der mich in der Mitte ein bisschen tradet. Tradet Republik. Markus Söder am besten. Söderich ist sowieso dabei, ne? Ja. Aber schnell, Mitte, ne? Nee, 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 chill mal. Ich kann da nicht chillen. Ich komme da nie raus. Ich kann das nicht. Also entweder gehe ich full raus oder ich gehe nicht raus. Ja, was schießt ihr auf mich? Boah, warte ich. Ich kann nicht, ich kann nicht. Sehr gut. Ich sag ja, entweder schnell oder gar nicht. Anders kann ich nicht. Mitte oben habe ich. Guck mal, wenn du noch was. Ey, das gibt es doch klar nicht, ey. Okay, mit der Negev durch... Hä? Ab ihm. Flo, wir beide. Der müsste los sein auch. Okay. Ich habe komplett ZD, guck du. Donut. Ich bin gespielt. Sehr gut. Ja, rollo. Komm, dann machen wir noch. Auf A lang hole ich mir jetzt quasi einen weg. Ja. Chill mal, Flo? Gehst du links rein oder was? Ja. Boah, er tue gar die Bombe sehe ich gerade. Oh, kannst du hier holen? Hier ist los, ey. Ich bin auf hier drauf. Ich bin auf hier drauf. Ja, die pushen, die pushen Mitte. Noch einer. Mann. Er ist hier. Er ist da oben. Oh, ist der Cave oder was? Ja, ja. Ja. Ja, Mitte. Jetzt bräuchte ich ein Trüppchen. Ja. Kriegen wir ein. Ich habe keine Geld. Nicht lehnt, aber ich habe kein Geld. Okay. Äh. Hm? Hehehe. Danke. Danke. Ich brauche, ich brauche ein Trüppchen. Hm? Prop. Ich brauche es nicht. Irgendwo push mich noch einmal, während ich eine A-Bap habe. Mann, ey. Beheiz gerust, ist tot. Beheiz zu frei sein, eigentlich. Ja, war aber wahr. I am glad you're for. Danke für die Flash, du? Ach, hey. Keine Ahnung. Boah, Alter, Mitte unten. Ja, genau da. Komm, Leute, mach keinen Scheiß, letzte Runde. Kommt Richtung Cave. Nice. Hoffentlich in der letzten Runde nochmal abflashen, müssen wir was sehen. Wie in meinem Molli standet, Junge. Alter, 107 Punkte nur ist schon eine Beleidigung, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Hast du auch nur so wenig bekommen, oder was? Ja, 105. Was ist das denn? Keiner Witz. 103, also. Vergewaltiger. Wie sieht's für euch aus? Weiter oder schlafen? Da geht noch. Da geht noch was. Einer geht noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Ja, mach mal ruhig. Mach mal ruhig. Tschüss. Soll ich kurz warten, oder was? Ja, ja. Okay. MS Office Hintergrund kann ich nur empfehlen, ne? Vor allem MS Office, Junge. Wie heißt denn die Map? Office einfach nur. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Habe ich Arnus angegeben? Ja, sicher Arnus. Krass. Meinst du so? Die Schoko-Banane, Junge. Hallo, hallo, hallo? Richtig widerlich. Ich komme rein und er nennt mich widerlich. Was soll der Scheiß jetzt? Arnus auf Pandora, Junge. Ist das die Fortsetzung von Flo oder was? Willstens. Ja, das ist Chris. Ja, WB, können wir starten. Ich habe heute auch mal Zeit. Roppel, er hat WB gesagt. Alter. Roppel, Kopp da, ne? WB, Junge. Das habe ich damals zu meinem Vater gesagt, dass er vom Kippenohlen kam. Schön Kippenohlen. Ich bin jetzt ruhig, der Hund. Moin. Schön irgendwo gechillt. Der Afghanistaner. Sag mal, ich bin wieder da. Sag einfach Reh. Genau, stimmt. Sorry. Können wir jetzt mal Nuke spielen, bitte? Danke. Reh investiert. Bitte Nuke spielen. Mirage weg und, äh, stütter und stütter. Jawohl, Junge, noch in der Nuke. Gleich wieder Enchant, Junge. Ich kurz halt. Boah, dann nehme ich lieber Inferno und Enchant raus. Hm? Beziehungsweise anstatt Inferno nehme ich Enchant raus. Konnte ich nicht mehr. Fuck. Weil Enchant haben wir jetzt wirklich, äh, dreimal, glaube ich, schon gespielt, ne? Zweimal. Zweimal, ja. Warte. Ja! Jawohl, Junge, ich habe im K. Brogger, sieht das so aus, als es käme aus Deutschland, ey. AMK hat man mich genannt, zu besten Zeiten. Hat die noch Ring-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding hieß. Also? Hello, Team. Hello, Team. I go, rip. Nix, da, ich gerampe. Warte mal kurz. Erstmal die richtige Waffe kaufen. Er zuckt doch gar nicht, ne? Danke. I go ramp. I go A. Oh, Alter, sein Mikro ist ja... Äh. Ich gehe wieder auf Main. Äh, so weit in der Richtung, oder? Ja, ja, und Christian Grey macht Outside und steckt sich einen Finger im Po. Dorian, okay. Nee, ist jetzt aber nicht Mexiko oder so. Ähm, grüß mir den Michi, ne? Ich würde sagen, jetzt spiele ich ja immer mit Löhnen draußen. Rampe, komm. Rampe durch. Komm runter, komm runter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, mein Zwickau hat ihn. Ich bin richtig laut. Söhn, wo ist der letzte? Auch irgendwo ist Zeit, denke ich mal. Oh, Pascal, ne? Ich sehe unten am Silo sich... Ja, vielleicht etwas... Ah, ne, der ist Rampe hier. Rampe um. Der ist Rampe um. Hat irgendwas gepickt. Das ist die Bombe nicht da um? er plant sich oben auf a lassen zusammenspielen auf jeden fall ja das war nicht auch seit ja und silo ist oben ja hab ihn gut ich das immer noch kohle dass ich ihn habe obwohl er tot ist ich hab gerade die gestütze gemacht mit einem armen ich box frauen was ich habe einen fleck auf meinem schoß auch so viel schokolade zu fressen tschoko tschoko ja ich mir wusste mich hat nur kills und das erste wieder gemacht wieder gefügelt hat ich bin weggesprengt können sein dass hier auch junge draußen raus war das wiki haut ab nicht sein in der pommes ist einer drin auch zeit kommt naja bis alleine sich mal kurz fünf leute habe ich alle getroffen was ja stimmt die hei 90 in zwei der letzte der noch kam ich nicht so als hätte sechs geht es gut jetzt er ist der frau da haben wir gerade noch über den ring der ding 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 zimmer sein o für ein a ausgetauscht dann hätten wir auch mal mehr kills hier junge der hunde sohn was hallo hallo funk loch tschuldigung ja squeaky alter squeaky kommt durch ja kann ich nichts machen außen zwei leute roter container die gehen über wend glaube ich auf b ne doch nicht nice try nice try jetzt lass ich draußen mal ein paar köpfe fliegen guck mal in ungefähr 20 sekunden oben links ich gucke oben links hin wenn ein komischer oder auf kopf der grau wird junge haut draußen einiges auf der main drauf oben halter rampe einer der kommt aber Einer kommt Rampe Boa, grün regt mich richtig auf Einer war close to squeaky, last sound War es sein Step? Ja, also nicht dein Mate Maybe ein Hut Ne, das war auf der Leiter vor Hut Ja, geht Rampe Ja, das war aber vielleicht schon angetäuscht Ja, aber mach mal ruhig Ja, sehr gut Well played Boa, Pascal, kannst du ein Ding verkaufen? Na ja Blick mal hier Was willst du? Egal was Sorry, sorry, sorry Nein, nein, war ein Missklick Boa, ganze Timing jetzt im Arsch, Junge Ja, 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 hier kommen Ja, ja, hier kommen Mollys Auf Silo was? Main was? Auf der Main? Rampenabe Oder? Ist auf der Main nichts? Außen kommt Main, weiß ich nicht Roter Container Vor der Main ist was untergesprungen Boa, Alter, draußen stehen die überall Ja, ja, ja Main drinnen Draußen müssen wir gleich anders spielen irgendwie Komm drauf auf A Kann ich nichts machen Habe down Habe down Auf A Squeaky Ach Gott, schon eine Pommes Boa, der will aber auch nicht, Alter Zum A Boa, draußen Wir müssen irgendwas draußen ändern, Junge Die kommen da einfach so durch Ich hab da irgendwie auch gar keine Schnitte gerade Ne, ne Das muss man auch eh nehmen und dann einfach Komm mal einfach ran da Jetzt ist eh ne Eco-Fresh-Ghetto-Chef, Junge Das muss sein Krillkarkazier Komm an meine Hut rein Okay Cool story, brof Brof Jet, can you dash in? Thank you Dash, heal Da ist was Woah Schön Ab ihn Hier, zwei Waffen Boa, zwei Abes, Junge Boa, zwei Abes, Junge Ramp Ja dann Brogger, wo bist du, ey? Gehen die runter, oder? War nur einer Ist A, oder? Ist A? Ne, ist B Oder? Ne Nein, meine Aave Nein, ich hab's noch Ich hab aber auch eine Aave, also Weiß nicht, ob das so klug ist, mit zwei zu spielen Hier ist noch eine AK neben dir Ich kann noch die AK nehmen, alles gut Ja, wie du Bock hast AK nehmen wir auch Ne Du schon mal gar nicht Du bist ruhig da hinten Freundchen 82 in 1, ey Boa, draußen Junge, die haben wir gut im Griff gehabt Oh, ich hab einfach nichts gemacht 40 Schaden hab ich gemacht Wie auch immer mit einer Ich bin in der E rein und dann bin ich da rein und hab einfach Plöpp gemacht und dann war der Kopf einfach tot Hast du auch noch einen getreten, oder? Habe ja einen getreten noch Finde ich gut Genau Ich bin einer aus dem Bild gehauen Wir kaufen einen Arschloch.de, let's go Die Freunde auch Jep Und dann hau ich dir auch noch einer rein Außen einer Auf der Main Irgendwo auf der Main war da einer Ab ihm Schönes Ding Squeaky wird aufgebombt Voraum einer, ist Todesloch Oh fuck, sorry Kein Thema Irgendwo in der Lobby Genau, check du mal ruhig hat Nice Bombe down, glaub ich Oder was war das? Nee, glaub nicht, oder? Rampe bombe down Nee, Rampe Nice Diesmal konnte er mich echt am Marschlecken, der Fotzenknecht Ja, zeig mal Guck einfach AWP draußen und wir sind clean, alles gut Ja, sag ich ja Aber die haben auch einen Bot im Team, ne? Bot Pawel Stimmt Pawelski Ja Ja Und ein Red Hat So hieß meine Oma bei der Geburt auch Ja Bot Red Hat Gives Cock, oder was? Ja Bot Gives Cock Feier Ding Rampe Okay, Rampe Er stirbt auch nicht, ey Leute Wer durch? Ja Sag ich doch Rampe durch Heiliger Bimbam, alter Okay Er steht einfach da Hallo, Karl, bist du in Ordnung? Ja, ich bin in Ordnung Ja Ja Ey, ich hab auch zwei geholt, hallo Das wird schon mutig Ja, du hast aber nicht drei geholt, also Ja, ich hab aber elf, ne? Ja, genau Grüße gehen raus an euch beide, hallo Hallo, hallo Hallo, ich bin MC Duck Ich bin CDU, hallo Beziehungsweise CSU, hallo Ja Moin Wie, ja Ich bin eine Koalition bilden Ja Oder eine Kombination Ja Links, rechts Die Kombination hört sich auf Squeaky, Bombe Tut mir leid Ich hör noch einen Ich seh die Bombe, alles gut Vielleicht mal eben rein Ob, da war er drin Ja Hat Okay Ist der raus, ist der raus? Nee Doch Hä? Er hatte Timing, das war genau hier dieses Ding dazwischen hier So, irgendwie, keine Ahnung Miese Brise Oh, warte mal Kann ich irgendwo Geldlos werden, oder? Du kannst mir gerne einen blasen, wenn du willst, ja Flo, was machst du da? Was mach ich da? Halt dein Maul und verpess dich Sonst snife ich dich Okay Schon gut War der Silo, glaub ich Ja, außen was Boah, ich Lobby Außen Ja Das gibt's gar nicht Der ist hinten runter, ist wie gut Das ist doch nicht runter Heiner in Garage Das gibt's nicht Bitte nicht Pass auf, kann von hinten kommen Flo Scheißhaufen, ey Oben, helfen Okay A, oder? Ja, ja Ja Gott, das würde ich gern wissen, da oben Junge, der ist auf A gesprungen, ne? Ach fuck, der hat ja die Awe Der ist auf A gesprungen, da oben ist keiner mehr Hat's Maul Zum Beutel Ich hoffe, der hätte ja nen Passwild gemacht, wenn du ihn gefragt hättest Schön im Automaten Warte mal, wo auch einer von euch, äh Wie ist der Automaten? Nö, ich hab ein Hammelbein Haha, perfekt Könnt ihr jetzt mal outside halten, bitte, danke, grüß ich ihn raus Ja, moin Äh Tschö, tschö Moah Ah, der ist fast tot, Alter Stück Scheiße Hey Awe Rampel Ey, sie dürften nicht so pushen, Jungs Ja, das war auch Ich aber Einer outside Einer auf jeden Fall outside Blenden B, oder? Ja Ach, ich bin der letzte Junge Ach, ich bin der letzte Junge Ja, moin Äh Wir kommen eine Runde noch mit CT Boah, Felix, kannst du mich mal hier auf den, auf den Container drauflassen? Ja Selbstverständlich Ja 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 Die Rampel durch? Nein Stark, Olaf Ich weiß nicht, ob auf Silo einer ist. Ja, irgendwo outside. Nice, schönes Ding. Das war die Bombe. Einer war noch Lobby, glaube ich. War zu squeaky Tür, hab ich. Aber Bombe ist theoretisch außen. Genau, guck du mal außen. Vielleicht krieg ich die AK. Nice, sehr gut. So, jetzt Terror. Juhu. Es wird nicht einfach, ey. Ich weiß, was wir zuerst machen. Was denn? Klampen-Rush. Klampen-Junge, ja. Klampen-Klampe. Decoy nach außen, oder? Ne? Green, go right. Kannst du machen. Was denn? Decoy raus. Alter. Wichtig. Mhm. Der hat auf jeden Fall einen gefressen. Boah, ich... Junge, ich hab keine Muni mehr. Okay. Zeit. Ah, schade. Der war hart. Der war hart. Der zieg, oder? Seiße, ey. Same shit, same shit. Was hast du? Ne, ne, ne. Warte, dude. Ne, warte, dude. Ne, warte mal. Ah, ne, warte mal. Boah, Leute. Wegen euch probiert jetzt mal ne Tech9. Boah, 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 boah. Das hat CSGO nicht mehr gespielt. Nicht ein einziges Mal angefasst. Die ist nicht viel. Selber hat die ganze Zeit schießen, ne? Die schießt nicht viel bei, äh, Frenzy. Muss selber jeden Schuss drücken. Okay. Boah, ich seh gar nix. Hä? Guck mal, Junge. Hält einfach rein mit der Necke. Guckst du hinten? Ja, von hinten rum. Das ist ein Shotgun, ey. Richtig, richtig Beleidigung. Bei mir einer. Schöne Ding. Guck du, Klaus rechts. Ja, er ist da genau rechts. Ja, der Typ, Junge, alter. Halt o Belly. Aber die Tech9, wenn du ruhig spielst damit, dann ballert die natürlich auch ordentlich in die Schnauze, ne? So. Ich würd' sagen, so richtig schön langsam außen aufbauen. Soll ich dich auch pushen? Ne, ne, außen. Ich geh' schön auf Silo. Eins, zwei irgendwie außen und einer passt vielleicht mit dem anderen irgendwie Lobby und Rampe auf, oder so. Das mach' ich, pass' auf. Ich hab' eh keine Nades. Ja, der hat gefressen. Ein Stück Scheiße. Ich hab' ihn. Weiß. Boah. Äh, links von Garage. Ja, genau da. Irgendwann hast du einen Schwein, ey. One is on B. Maybe coming to secret. Einer main. Was läuft denn hinter mir? Wo steht uneffektiv? Ein Stück sauber. Schön gemacht, Flo. One is in lane. Einer hat oben auf Pommes. Ich dachte main, da ist auch einer. Boah, geht auf jeden Fall eigentlich gar nicht auf A. Ich würd' auf B gehen, oder? Ja, ja. Ich geh' runter. Komm B. Ach, da kommt Radio vor. Alter. Ich hab' in dem Moment auch noch da geguckt. Du hast mich geblattet. Du hast mich geblattet. Oh, ich hab' in dem Moment auch geblattet. Oh, schade. so ein backfisch aber du guckst halt auch direkt jetzt halt auch genau so gemacht egal mal richtig häufig dass das ihr zu dritt gegen zwei spielt und zwei davon einfach sofort so krass hintereinander sterben ja der hat uns direkt ans ins maul gedrückte ordentlich in der fresse gekriegt ich habe auch in dem moment auch so lange glotzt ich hab's nicht gerafft egal wir machen das schon ich glaube außen müssen wir darauf aufbauen außen sind die richtig schwach außen das war hinten immer durch immer durch ich weiß nicht von wo die aber kam richtig schlecht ich flash für dich und homer ich hab's ein event ich bin alleine gewesen aber da ich habe mich unten abgespuckt ich komme mal wieder hoch ja 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 gehen lieber hoch ich bin andere helfen rumpa rumpa ja schilder trade letzter rampe ach nee zwei noch ja einer war unten wenn du sie hier drunter gehst könnte also von main kommen helfen aber ja jetzt raus schade aber dann mit verkackt ist auch einfach so krass er hätte ihn so easy haben können aber er ist halt wie so eine toiletten figur das sind so rund die müssen wir eigentlich haben total easy scheiße wieder über außen oder weiß ich auch nie komisch war ich will mal jetzt langsam die werden wir stein vielleicht auch zeit mit heißt kommen könnte also nicht vorgehen hat erstmal den jetzt ab eine flash nur wie immer kommt bestimmt auf hinten soll ich mal aufs mogen ja mach mal 2 auf rampe jungen kommen schöner trade sich denn nicht bei mir geht nichts rein hier ich weiß das hässlich einer kommt hinter ihm oder secret nur einer war garage einer secret und einer rampe entsprechend er dürfte eigentlich frei sein hoffe ich doch rampe kommt wahrscheinlich über über main war ja ja was auf main kann ich auch sehen ja ich weiß das ist das problem gerade ja es sind so und die muss man haben einfach es ist unfassbar irgendwie ja also die davor noch mehr aber das war so was von frog boy ich sag dir halt noch ne froggy hat hat oben heaven ne du guckst halt nicht mehr hin deckst alles andere und er aimt einfach wie so ne wie so ne toiletten schüssel wirklich ich hätte aber auch main von drüben abnehmen sollen es gibt bei mir nichts rein das ist so ätzend was war die andere info flo eine rampe ich glaube an der helfen war noch was könnte gut sein ich bin auch ein spot ist offen ja hat dann macht er zu ein ernstiger und schon wieder so ein ding drei gegen 13 33 krass krass ehrlich war das geht einfach nicht dass wir sowas verlieren jetzt aber einfach aus und alles weg smogen die kommt aber richtig und abfahrt nach unten Oben im Fenster glaub ich? Ah ne, doch. Ist aufgeschossen. Einer unten da. Ich nicht. Entspannt euch mal, auf jeden Fall, Rampe muss sein. Muss. Ja? Ja. Ich komm von Rampe, also da kann eigentlich nichts mehr kommen. Ich hab Secret. Jetzt hab ich nicht mehr Secret, ich hab Wind. Ja, der wird saven. Safe. Ja, da muss er ja T-Base sein. Wahrscheinlich. Oder CT-Base. Ne, ne, CT, da kam ich her. Achso. Ich hab ein HP, Digga, ein HP. Ist egal, Runde geholt. Ja. Gleiches Spiel. Außen, außen ist glaub ich gut. Wir brauchen halt nur genug Smokes. Das hier jetzt hier rushen. Mal gucken. Okay. 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 Da hinten ist auch raus. Oh, nun einer. Aimpt uns ab. Scheiße. Einer wend. Sekunde Kurt. Alter, fuck. Wie ist der Marsch. Geh nicht raus, komm wieder rein. Chloe, weiter. Und Gamba habe. Ah, linke Seite. Hei. Keine Zeit. Rein. Ja, hört auf. Oh, das wärs gewesen. Mann ey. Ja. Aber es hat schon damit angefangen, dass Frogger, Junge. Er ist einfach wie auch immer von dem Molly von Pascal drauf gegangen. Hä? Was? Ich hab gar keinen Molly geworfen. Doch. Im Wend. Ja, ja, genau. Jo. Und es war nur im Wend und er ist daran vorbeigelaufen und er ist einfach gestorben. Er ist einfach gestorben. Keine Ahnung, was mit ihm nicht in Ordnung war. Chloe, jetzt push mich mal bitte auf die Kiste. Hier. Obwohl, du bist der Letzte. Nein. Ich glaube eher. Felix, komm mal bitte. Ich mach das. Mach mich mal bitte hier hin. Na klar. Ich geh von oben diesmal. Nein, ich hab gefailt. Will ich rücken oder nicht? Ne, ne, alles gut. Ah, ich hab das Mund. Komm mit ihm gleich hin. Nein, nein. Nein, nein, nein. Im Secret vielleicht. Okay. Okay. Ah, ja. Okay. Ja, der war heftig. Wo ist denn der Awe? Nein. Und da. Alter. Schön. Drei gegen drei. Drei gegen drei. Frogger ist auf. Frogger ist auf. Drei gegen drei. Einer A main. Ist tot. Schön. Okay. Ich glaub unten wartet schon. Oh. On spot down. Schön. Zwei gegen einen. Ihr beide. Jan Therefore... eins zum courage. rä Entsch Lok. hab ich denn ich mag noch rauchen da kann ich natürlich nicht dann nimm doch die jetzt vorher die akk genommen aber fähle ich so ganz auch du kannst auch danke stimmt ja block halt von hinten niemals zeigen sich noch ein auf a richtig lohnt noch glaube ich hat das lobby gegangen pass auf dessen der pommes der ist richtig meiner meinung nach geil alles schön gelb im t-shirt kann meine schwester box er war letzte runde gar nicht aber übrigens jetzt kommen alle drei minuten noch hilfe einer aus dem aktiven macht genau einer war noch hier in der pommes was ist da junge es kam einfach diese leiche ganz langsam mit slow mo runter gefallen 2 gegen 2 ich bin ja ja ich bin ja ich habe war nicht richtig was untergehen da war glaube ich aus somit runter oder nicht ja jetzt zusammen wenn es einfach für rams ist für rams geblendet ja aber auch nur wenn du von links von rams kommt 3 gegen 1 denkt er zumindest er wurde geneift jetzt bei uns im t-spawn ja nice ich freue mich deine mutter die bombe ja der hat die bombe wir müssen warten bis er die automatisch droppt haben wir eine diegel droppen ja klar ich warte geht ihr ruhig vor ich habe in der garage zwei auf arm einer oben helfen und einer irgendwo zeit ich komme langsam zurück zu euch rampe bock gar nicht immer bitte warte lasst mich da reingucken jetzt hat der nase gerade war der warte warte ach du gehst unten runter dann chill macht die komische hinterher da brampe ist noch einer da müsste er nicht runter gehen 35 sekunden 2 auf rampe 2 auf rampe gewesen ja hat er echten devgit gehabt und durchgezogen man wäre einfach da gewesen dieser pisser hätten wir gewonnen alter auf jeden fall hauptsache ihr reportet ihn habe ich schon der junge hat er sowas von verdient ach jetzt wie ärgerlich das wird echt ärgerlich ja aber wir haben auch muss man dazu sagen drei oder vier runden waren so einfach zu gewinnen und wir haben es genau so einfach abgegeben das stimmt moin jungs lass uns mal bitte alleine gegen also alleine verlieren obwohl wir drei sind hallo moin so komm zünden eins kannst du noch zünden eins bin ich dabei zünden oh raven raven ist da wer ist raven naja ist nix niemand aus der raven der mit dem äh ja 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 schneiden schalos äh und hier ne richtig komplett ist ein arabiim-team gg lass mal overpass oder ancient haben lange nicht mehr brrrr help ich finde anu bist eigentlich auch eine starke map ich eigentlich auch aber florial Paris ist da nicht so. Ja, aber es ist genauso wie nur mit Vertigo, Alter. Vertigo spiele ich auch nicht. Ja, Vertigo ist auch eine Ruhe in so einem Map. Nur weil ihr kein Headset habt. Ist richtig, weißt du? Ich komme mit Airpods. Ich spiele mit Medion. Aber nicht mit dem Headset, ne? Mit dem Mikrofon, oder? Nein, nein, mit Mikrowelle. Schön, wenn wir beim Mikrofon hören. Wieder ein Mirage, okay. Ja, wenn ich es nochmal anschreite. Ja, das soll zum Schaden. Vertraut der Map, ja. Bin ich auch dafür. Und jetzt, Pascal, geh bitte nach Hause. Ja, ciao, ich grüße dich. Tschüss. Küss dir noch ein bisschen, ne? Ja, sehr gern. Küss die Möhre. Einer im CT-Spawn. Die Fresse, Junge. Wo ist er? Da ist er, Olaf. Kannst du mir bitte in die Fresse schießen? Oh, Junge, diese Geräuschkulisse am Anfang sofort. Oh, Junge, er will aufs Maul, ne? Er will einfach aufs Maul. Was ist denn mit dem Stück Scheiße da, Alter? Ah, ja, dann. Richtig und feier die Jungs, wow. Hey, die können das, was Chris nicht kann, auf Kader erschießen. Ja. Ja. So in etwa? Oh, das sind, naja, das sind das Richtige, die haben es voll drauf, jetzt, pass auf. Hodensäcke sind das. Ja, ein bisschen. Ich glaube, das sind absolute Hodensäcke. Sack mit Hoden. Hoden. Sack. Hello, my friend. Hey, Arab. Let's go, Arab. Dubai. Ich smoke mit der Window, wie immer. Ah, danke, oder? Ich muss in meinem Arm. Zicker den Jackson. Ich muss mal den Arab spielen, wie er will. Let's chill, mal wartet, mal auf die Smoke. Schöne Dinge ningen. Jawollo. Achso. Ah, die Mitte Smoke ist halt nicht so gut. Nö, die war schlecht. Nö, die war nicht so toll. Äh. Irgendwo hier Onspot. Onspot und, äh, Kitchen einer. Schön. So läuft das hier, wenn die Koalition aufräumt. Oh, Junge. Schlau will blau. Wir sehen uns bei den nächsten Wahlen, ihr Fotzen. Moin. Alter, guck mal mein Damage an und meine Kills. Das ist mal das Beste. Den ersten, den du geholt hast, dem hab ich einen Headshot gegeben und du hast den nur am Arschloch gejuckt. Nein, das stimmt jetzt nicht. Doch, doch. Ich hab das alles auf Video. Zack, kommen wir nochmal das Gleiche. Oh, ich hätte ihn auch gerne am Arschloch gejuckt. Ja. Oh, schön geleckt. Wake up, Bro. Let's go. Oh, Bibi. Sauber, jetzt rein da. Oh, sauber, ey. Einer, Loch, einer, Loch, einer. Einer hinten an der Bench. Ja. Ich mag dich auch, Olaf. Pass auf, Kitchen hinten. Das ist mir wohl schön. Ne, hier ist er nicht. Ach so, doch, der ist Küche. Aber er kommt gerade erst rein. Okay. Nice, schönen Schuss. Junge, und ich denke die ganze Zeit, der kann doch da gar nicht sein, da ist Green. Nice, good job. Kannst du nochmal bitte in deinen Arnus husten, danke. Hey. Wir sind originale Arnus-Brüder. Ja, das kann ich so unterschreiben, ne? Nice, same shit, but. Ich hab nix verstanden, außer dass du dann... Felix und ich gehen A. Felix und ich A, ja. Arnus. Warte ne Sekunde, Michi. Ich hab rechts direkt, Klaus. Ich hab short. Okay, wir missen. Einer close, einer close. Jungle, jungle, jungle. Einer noch im Rückgang. Close, close on site. No, 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 oh. Oh, it's dead. Short. Immer planen. I still have level 10. Come, come. CDBase guck ich auch, oder? Ich weiß, ja doch, CDBase. Oh ja, zwei Stück. Einer ist der. Oh. Das ist aber spät geschaltet, wa? Egal, nicht schlimm. Ich spiel so behindert. Der schafft es nicht. Oh, Glück gehabt. Sehr gut, Junge. Hast du Sound über Notebook an, oder was? Ich hab gar keinen Sound an. Schau nur euch. Furzestybist. Level 10 clubbound. Ha. Tschüss. Aufgselbist. 行li. Make forward uns an A and go B. Auf explicar. Da 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 Da. Na Da 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 Da. Es ist sicher. An B. 고 più. Ab geht. Hm. tor. Was uhm. afg green thank you okay hallo okay was auf dort kommt entgegen ja palace oben genau klar der sein im haus in der in der room in the room in the room in the room green ja ich weiß ich habe es ihm gesagt ja ich krieg ihn nicht das gibt es doch nicht mir muss mir wusste wir wussten schallwurst und welchen die füße kittchen oder kommt von short ja noch mal was macht er denn hallo ich krieg die krise jetzt kommt von links und drückt ich wäre schon acht mal tot 50 mal 98 in 5 geben und den anderen 70 in zwei alter der handelter so ein klingelt ob die mami zu papi hat die papi oh ja ich komme noch mit klar ich denke mal ein bisschen wie hier ok zeit mal ich zeige jetzt war der pupi machen wir mal so ja ich bin auch weder menschen und auf a a hat das schön gemacht ich habe einfach nur zugeguckt ich grüße heute den michi ne grüß mir den michi ciao kostet der inzessin ey floh du verkaufst dein ding da wieder ey der arab hat elf kills und ist euch das bewusst wie auch immer junge wie auch immer und floh steht da in der ecke auf einmal ey er spielt wie so ein lego stein weißt du ich weiß nicht wie ich werde fest verbaut mittlerweile auf den maps mach mal mitte unten hoch alter was ist denn los dort kommt schaut kommt ok bb drauf ein bombes down achso nein ein bisschen abgelegt ok short ja wie viel leben hat er denn soll ich auf b rauf gehen scheuzy letzter konne ne vorletzter schon vielleicht ja geh auf b genau ich bin jetzt hier ron piek bitte nicht mehr ok guck mal dass du die he noch reinkriegst ja ja perfekt ja perfekt die hat gesessen naja der kommt nicht mehr glaube ich ne ne alles gut rennen lieber um dein leben der ist mitte irgendwo ah da mitte ne finde ich gut also olaf hat jetzt auch mal ordentlich rausgedrückt und äh ja hol dir deinen eigenen blöde kuh mann ey teilt aber auch nicht gern einfach ne nein wo kochst du drauf rum junge auf dem pappkarton ah ok lecker das ist lecker bisschen salz und so dann geht das oder brauchst du nicht pass auf haus kommt haus kommt entgegen felix ok ich bin gespannt 10 nix nein worauf bauen wir auf da wo wir was kriegen ok nein der motto und hinten in der kitchen also 2b einer stay of a geht richtung die verbaut ist schon einer richtig low so schieben mich jetzt nicht gewundert wenn er mir einen wunder gegeben die typen fabrik für köpfe raus hallo ich hab'n kill das ist auch nur gemacht weil der gegner sich nicht mehr angeguckt hat ja der molly macht keinen sinn oder doch macht er weil er hinten dran liegt eine art rüppel box oder wie das heißt ich verstehe gerade nicht was da passiert auch war drei auf warum ich da hin ich bin auch schlimmer als ein toastbrot einfach mal b darauf an der job wie man kann ich koch angenehm schon richtige brand immer im arsch hat er kann mal raus ja sicher okay mach mal den fernseher aus bitte gerne molly ich hab nix danke ja ich kann schon wieder nicht mitkommen einer am auto jetzt es für sie anders ob wir die übelste klatsche kriegen aber wir ficken die eigentlich ja die letzten drei runden die kriegen wir einfach nur irgendwie auf die fresse gerade wieder ruhig aufbauen minister ok was ist er mit der short taktik jetzt geklappt und machen wir einfach nicht mehr ja dann aber ich meine labern auch nicht so junge smog für con und stark weiter 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 am k mk gut 3 gegen 3 gute smoke einer kitchen 2 2 kitchen einer short ich habe das fenster noch einer achtiger was mache ich da ja zumal es war richtig hohl gedeckt felix war die ganze zeit so herbe offen auf kurz flott hat richtig schön defensiv gedeckt eigentlich eigentlich ja du hast ja als den kill nicht geholt aber du hast auch nur noch minus 34 hp oder aber wir sind gut drauf gekommen eigentlich ja kommen gleich spiel nochmal we need your green mein killer hat mit 13 ap gezockt in einem schuss hört sich jetzt nicht nach einer aufgabe an ne nicht wirklich unten push deiner ach so ja natürlich klar okay dann chillt mal ein bisschen chillt mal ich dachte da ist schon einer von uns mir ist close einer du bist der letzte ach so danke na komm schon du giraffe letzte war b glaube ich das erste match wo ich gar nicht reinkomme von kills egal wollen wir mal probieren oder was aber schön schön die haben halt übel darauf aufgebaut dass wir auf b gehen die wussten das den wieso sagen dass der araber ja lasst mich mal drauf gehen ap p erst nur alleine gegen drei ja 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 der grüne hat uns alles versaut jungen auf einmal kommt er von hinten an gerasht wie so ein jude ich bin tot ich mach mal mitte eigentlich sonst nie mitte ist ja richtig kacke alter jetzt schon kein bau mit einer mk noch einer mk noch einer letzte auf b die bombe ist die bombe er ist bei ihm bei ander der ist direkt auf b der gegner das eigentlich voll unnötig dazu pieken da ist man chill einfach der jüdische judenbein mit wem war ich gerade auf b mit floh ne ja geh mal sowas von alleine jetzt man soll alleine gehen ja ja es wird nicht noch mal b glaube ich glaube ich nicht ich glaube es wird ein dicker c dickes arschloch kann man mal direkt rein rein ich hab meine so wie sie uns auch abgefangen haben felix hat einzig und allein richtig gespielt ja aber wir müssen wieder nach gar nicht ja wenn ich den kopf schieße nur affe der einzige das richtig gemacht hat wirklich tja die war wichtig hier wieder eine eco fresh ghetto chef machen der chef am start mit der flash mit der smoke die bauen für schrott auf glaube ich eine habe und seine mutter apps kam molly ich treffe ihn einfach nicht ich auch nicht jetzt jetzt schön noch einer mit arve da zurück zurück ich mach dir mal junger auf a siehst du auf im connector steht eine hilfe der zieht sich zurück ich habe neben vier das war widerlich ich bin dafür die mitte ich will ein bisschen zerbersten könnte einer verkaufen und dafür ich gehe mal jetzt wieder habe ich bin ich bin ich nicht grün piekt halt so behindert noch nie tupi green er geht weg so nicht einer palace das immer kommen achtung mhm also schön ja mit der konnekt da war war nicht nicht sicher ja haben wo Ramp, ramp, ramp. Mitte Arve down. Letzter Ramp A. Ihr beide? Ach ne. Du mit grün Flo? Ja. Nice. Schlappt ihr die Arve? Jawollo Junge. Willst du selber spielen? Nein. Danke. Na egal. Kannst du selber kaufen Flo? Ja ja, ich hab. Sehr gut, danke. 5,12, alter. Wenn ich auf B draufgehe, brauche ich keine Arve, wenn ich die Apps reingucke. Flo, soll ich mit dir mitkommen, oder? Alles gut. Schön. Schade. Schade. Hebs, eine. Ah, sorry. Sorry, sorry, sorry. Hebs, zwei raus. Drei raus. Bombe auf B. Warte. Warte, ich hab die Bombe im Blick. Ah, sorry. Ist zu spät gesehen. Sehr gut. Und Arve Dröppchen ist schon was Feines. Dann trocken wir mal so eine M4. Mit oder ohne? Äh, mit. Danke. Okay. Felix hat mal bitte Mitte für mich, ich glaube es wird A. Okay. Guck mal A mit rein. Garnade. Garnade. Etika. Ganz ehrlich. Ja, ja. Wir reporten den Typen. Garnade out. Neckta, kommt glaube ich. Oder die smucken ihn weg. Alter. Okay. Jungle oder was? Nein. Mitte unten. schön weit weit ja nur kurz der rindt B Das ist der Timing. Nein. Schade. 96 in 4, Digga, 96. Ich hätte einfach durchziehen können den Defuse. Ja. Aber... ...weißt du nur nachträglich besser. Ach, Digga, und er läuft doch nicht raus oder so, ey. Er wäre 100 pro nicht gekommen, ey. Und er hätte es auch in vier Sekunden gar nicht geschafft. Kack, du, ey. Kauf dir? Ich kann nicht. Ne? Na, du nicht. Aber er läuft hier mit einer Operator, Junge. Alter, Mitte, drei Leute. Connector? Lacker Schuss. Unten, Mitte, mindestens zwei Stück. Zieh mich mal zurück da. Haus. Ja! Auf B, Anna. Mitte drei. A kommt, A kommt. Ah, ich bin alleine. Okay, wie hat er mich gesehen? Hä? Ja, ganz komisch, Alter. Das ist... Was ist denn? Wieder ein Echo, oder? Passt so aus. Na ja, die ersten beiden können nicht. Hä? Wieso, wer kann der nicht? Unser... Random. Green kann nicht. Aber der Rest kann auf jeden Fall... Wir sollten noch. Okay. Aber lass uns mal Mitte irgendwie gar nicht mal so heftig übertreiben. Gar nicht mal reingucken irgendwie. Ne, ne. B, R, A. Haut da alles rein, was geht. Oh, Felix, den mal bitte Mitte. Ja, ich bin jetzt passiert. Mitte läuft. Jetzt ist ruhig. Palace hab ich, Pascal. Okay. Arbe down. Noch mehr Mitte? Lass die kommen, lass die kommen. Die havere eingeschmissen. Nicht slow. der hat mich ja schon gesehen der so gesprungen aber zwar jetzt auskommt auf b drauf ich treffe nichts mehr keine ahnung einer bench und einer direkt auf zeit letzte bench nein ich habe mich so verraten mit diesem kack schuss der in der mitte 98 2 es waren beides headshots das wollen wir jetzt eigentlich hoch die mitte hoch eigentlich dass die kunde immer kommen jedes mal mehr ja komm probieren einfach hochballern die scheiße 2 gegen 2 die kommen rechts von dir was rechts andere beide mitte ja ja auch so scheiße mit dem man es doch schon die kommen von zwei seiten welche bums da von links kommt einer links ja genau da wird da reinkommen ich wusste doch dass das geräusch könnte ja ich hab das wo war denn die bombe die lag unter mir da kannst du junge dann treffe ich ihn noch nicht mal das ist äh es ist Käse aber egal der bock alter mittel ist irgendwas mitte oben immer das müssen wir immer so machen kalt short olaf konn und ich die window und dann richtig schön und dann und dann und dann und dann also ich mach kurz hier mit action natürlich mitte flash jetzt geht er da wieder gucken mal wenn du raus guck ich auch ne ich hab gott einer ist unter den kristen und dann und dann und dann und dann und dann Ja, okay. Jetzt hat er da auch noch eine gelegt. Okay. Na egal, alles gut. Ja, guck mal, ist sowieso, warte mal, ist letzte Runde. Weil ich brauche eine ohne Schali. Okay, perfekt. Liebe. Wir machen das gleiche nochmal, ne? Liebe im Auge. Die warten. Ja. Ehe, Rampe. Fell ist auch. Fell ist auch. Ich schieb. Okay. Pass auf, Flash. Fell ist, Fell ist. Geh zurück. Richtig. Guck mal, guck mal, Fell ist. Doch, hier wird die Bombe geplantet. Oder, wollte gerade? Ich bleib mal bei dir. Ey, der ist so low AP. Ich hätte gar nichts mehr ohne AI und fertig. Guck, du rechts. Oben im Window. Schön, der letzte low. Sehr gut, nö. Ist das eine schwere Geburt? Hammer, Alter. Das wir überhaupt noch aufgeholt haben. Es stand 12.6 oder so. Stimmt. Boah. Boah. Ja, 12.5 glaube ich sogar, ne? Mhm. 12.3 glaube ich. Nein, Spaß. 12.1. Ich glaube, das ist ein Lecker. Hallo. Oh Mann. Ich mach ne Eco. Äh. Radfahrt. Ich hab ein bisschen gepupst. Okay. Meine Mutter stinkt auch. Geil. Lecker. Wir machen das jetzt so weiter wie gerade. Ich mach dann zwischendurch mal Window mit. Karl immer auch Short. Haliboy. Oh, Junge, ich seh gar nix. Boah, da kommen richtig viele Nades of A. Aber richtig viele. Felix, ich schiebe. Okay. Ich weiß auch nicht, ob was kommt. Ja, ja, jetzt kommt noch Molly's und HE's. Oh ja, Bombe. Bombe. Bombe down. Sehr schön. Noch einer, noch einer. Stark. Pass auf, ich flash für dich. Bombe hier down. He. Wo? Bogen. Ich belles. Das ist der letzte, ne? Mhm. Der ist T-Base. Ja, ist egal. Der hat die Bombe nicht. Warum facet ihr ihn? Oh, Junge. Egal, ob man holt oder nicht. Scheißegal. Aber warum facet ihr ihn denn? Der hat ihn aufhört. Interessant. Ah, Karl, spiel ist er aber auch nicht, wahr? Ich bin auch mal reingekommen. Komischerweise dafür, dass ich erst drei, vier Kills hatte. Das stimmt. Hier ist nicht mein Spiel. So allgemein nicht. Na, wird für die Zeit für Minecraft. Mmh, lecker. Schön ist mir, wo's kacke. Okay, also Con ist tot. Underground kommt auch was. Ja. Ja, ja, komm, steht close. Ja, ja, under auch. Im Haus oben. Ähm, apps. Ist hier gar nix. 3 gegen 3. Schön, Markus. Irgendwo noch in der Mitte. Bombe B, Bombe B, komm rüber, Chris. Aber so, dass du nicht geholt werden kannst. Lass schön hier die Bombe wegdecken. Kurz? Ja, alles gut. 3 gegen 2. Guckt immer gar nicht rein, kurz. Achso. Ne, guck du einfach so, dass nix kitchen kommen kann, okay? Von hinten. Okay. Dings hat apps, ich hab kurz. Ja, Mitte vielleicht. Ja, wir haben die Bombe, alles gut. 30 Sekunden. Kurz kommt. Einer short. Weiter. Ich face einfach nicht. 18 Sekunden. Nicht face'n. Nice. Sehr gut, Jungens. Awe. Boah, geil. Komm, das gewinnen wir jetzt noch. Oder muss jetzt noch, ey? Einfach weiter konzentrieren. Thank you. Thank you. Das ist die letzte Runde auf der Seite, ne? Könnt ihr alles kaufen. No shit. Stop, stop, stop. Alter, Rampe A, du. Kommt direkt durch. Viele, oder? Ich glaube, ja. Oh, Hilfe, boah, Hilfe. Der ist durch, der ist durch. Sandwich, Sandwich. Habe ich schlecht. Wo sind die denn? Einer unspot und einer close. Ja. Einer noch unspot. So, Flo? Ja, der plantet. Ja, aber save'n brauchst du nicht, ey. Macht er ja nicht. Schade. Da ist jetzt nochmal die Tee-Kacke, ey. Die waren wir aber besser, oder? Mhm. Eigentlich. Haben wir jetzt zumindest erst geführt und dann Hälfte, Hälfte leider abgegeben, aber egal. Ich kann legen. Dann mach mal wieder hier kurz und Scheiß aufbauen, ne? Und Kacke. Besser? Ja, versuchen wir. Ich geh mit, Bomben ins Haus. Tschüss. Tschüss. Was smogt er eigentlich immer? Er hat auch irgendeinen Line-Up. Unten kommt er da hoch. Ja, die Smoke kam nicht an. Nee. Geil, ne? Besser. Komm, verpiss die da. Komm rein hier. Die AWP ist low. Scheiße, ey. Ja, die wissen nur, wir sind die ja Map-Control. Die sind mehr als wir. Ja. Schön. So, dann komm mit, komm mit, dann komm mit. Ja. Wauf, wauf, wauf. Ich zieh durch. Geht schon einer. Fetch. Gut, kurz, glaube ich. Kurz. Kurz. Face die nicht. Face die nicht. Okay, die Flasher scheiße. Einfach nicht facen, Digga. Ja, du nutt ein Sohn. Sehr gut, haut ab. Perfekt. Du hast noch mal gesagt, dass ich wollte schon wieder facen am Anfang. Weil er halt auf Dings auf Karl geguckt hat und ich hab seine Waffe gesehen. Nee, nee, so war schon, war schon gut. Ich hab ihn nicht bekommen. Ich hab ihn nicht bekommen. Er war in der Mitte. 59.2. Noch mal die gleiche Nummer? Ja, aber vielleicht diesmal ein bisschen verspreuter. Hier, du hast die Bombe, Markus Söderich. Mitte pusht vor. Müsst ihr haben. Macht in Ruhe. Bitte down. Richtig. Habe, wieder im Fenster wahrscheinlich. Geht A rauf, ne? Oder was? Ja. Ja. Irgendwo hier auf Side. Irgendwo auf Side. Ja, hier. Genau hier hinter. Sorry. Komm, komm, Jungle, Digga. Ach du, was machst du da? Ja, ich wusste nämlich, dass einer noch da stehen wird. Deswegen war's blöd. Treffen.de, oder was? Ich hab's mir gedacht, ey, wir hätten... Wir hätten gar nicht erst weiter facen müssen. Ne, ich wollt planten gehen. Weil er hatte dann den Winkel auf mich. Ich hätte den anderen sonst gar nicht gesehen. Okay, lass uns mal irgendwo hin, wo Range weg ist. Also, wo wir ein bisschen auf Entfernung gehen können. Äh, auf Nicht-Entfernung, so. Das wird, glaub ich, als einziges B sein. Ja. Play B, come on. Aber ich fake mal ein bisschen A hier. Play slow on B. Und ruhig. Short. Is pushing. Oh, genau da pushe ich durch. Schnell drauf. Schön. Sehr schön. Sehr schön. Forte, Meg. Mid-Window. Drei gegen drei. Einer Sight. Einer Sight in the Smoke, glaub ich. Ja, ja. Einer Sight in the Smoke, glaub ich. Bench. Bench. Lass Bench. Nice. Junge, Alter. Boah. Haben wir aber auch noch spannend gemacht. Auf jeden. Boah. Boah. Alto Billy, ey. Legs mit meinem Zykali. Boah, Zykali ist lecker. Ah, wenigstens verlassen wir da sinken. Ich schlief auf 13.000, Junge. Ja, ich bin bei 12. 12 ist auch schon ein Genital, ey. Und zwar ungerechtfertigt, so wie ich spiele momentan, aber egal. Egal. Ey, du hast noch voll aufgeholt, Junge. Ja, aber trotzdem, ey. Ich spiele wie so ein Pferd, ey. Aber das Wichtigste ist, dass man als... Wie so ein Pferd. Aber das Wichtigste ist, dass man als... Egal. Ey, du hast noch voll aufgeholt, Junge. Ey, du hast noch voll aufgeholt, Junge, лет strat. ...呢gst dir das Gr sehen nach der Jochen am Lass bruger thrühen nicht. Voncc feiern ist manchmal bevor, als... Du hast mich mit dem Gewissen,